Vielen Dank, vielen Dank an Ladylike für diese wunderschöne Einstimmung in diesen Nachmittag und herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung 20 Jahre Landesverband Hospiz Niederösterreich. Der Rahmen dieser altehrwürdigen Gemäuer der Schallerburg sind passend für den Rahmen. Die dicken Mauern haben auch die Wärme draußen gehalten, andererseits 200 Leute haben sie wieder mit reingebracht. Dennoch werden wir es uns gut gehen lassen. Ich denke, dass auch das Thema der Ausstellung in der Schallerburg passend für die Veranstaltung ist. Aufbruch in fremde Welten. Und tatsächlich geht es aus unserer Sicht gar nicht so sehr um den Landesverband heute, sondern um sie, um die Haupt- und Ehrenamtlichen Begleiterinnen und Begleiter, die jeden Tag tatsächlich Menschen bis zur Schwelle in fremde Welten begleiten und ihnen vielleicht auch den Mut und die Sicherheit geben, den Schritt zu machen. Ich freue mich, dass ich Sie durch diesen Nachmittag begleiten darf. Mein Name ist Alexander Seidl, ich bin im Landesverband Kassier. Und im Landesverband, Sie wissen, ehrenamtlich, also so gesehen haben wir mich engagiert, weil ich kein Honorar kriege, sondern das ehrenamtlich machen muss. Aber nichtsdestotrotz, Sie sehen, jeder Euro wird gespart, damit er Ihnen zugute kommt. Sie wissen wahrscheinlich alle, das Motto des Landesverbandes ist Lebenswerte bis zum Lebensende. Lebenswerte entstehen aber nicht nur am Lebensende, sie entstehen unterwegs, sie entstehen jeden Tag. Sie können auch an einem heißen Donnerstag hier mitten im Mostviertel entstehen. Und ich hatte die Ehre für das Magazin, das im Oktober erscheint, zum 20-Jahres-Feier, mit vielen hochalten Menschen, so zwischen 90 und über 100 zu sprechen, die noch sehr aktiv waren. Und eines der verbindenden Elemente war, dass Sie alle genossen haben. Keiner von denen war ein Asket, ein Gläschen Wein oder zwei oder drei. Und wenn es kein Wein war, dann Schokolade oder zwei oder drei. Also wer von Ihnen ein Gläschen Wein, eine Schoki oder was ähnliches mag, Sie haben gute Chancen, damit sehr, sehr alt zu werden. Und somit würde ich sagen, stellen wir das Genießen... Stellen wir das Genießen in das Zentrum des heutigen Abends. Genießen Sie die wunderbare Musik von Ladylike, die uns noch mehrfach heute begleiten wird. Genießen Sie die wunderbaren Geschichten von Wegbegleitern, von Menschen, die Sie vielleicht länger nicht gesehen haben. Genießen Sie im Anschluss eine Stärkung und ein kühles Gläschen. Und genießen Sie als allererstes die offizielle Begrüßung unserer Vorsitzenden, Claudia Zmüller. Ja, es freut mich wirklich sehr, Sie, Euch, hier auf der Schallerburg begrüßen zu können, zu unserer 20-Jahr-Feier. Bedingt durch die Pandemie, denke ich, haben sich viele schon lange nicht gesehen. Umso schöner ist es hier, heute gemeinsam zu feiern. Ich habe das schon gemerkt, unten bei der Anmeldung, dass manche gesagt haben, ha, ist fast wie ein Familientreffen, wir sehen uns wieder. Und darüber freue ich mich sehr. Gerade die Pandemie hat uns gezeigt, wie wichtig Hospiz- und Palliativcare ist. Unsere Teams, egal ob haupt- oder ehrenamtlich, waren in dieser Zeit sehr gefordert. Zu Beginn war viel zu organisieren. Wo bekommen wir Masken, Schutzkleidung, Tests her? Was erwartet mich, wenn ich in eine Wohnung komme? Ist vielleicht der Patient oder der Angehörige Covid-positiv und weiß es noch nicht? Bei Aufnahmen im stationären Bereich war es ähnlich. Die Angst der Angehörigen, wenn jemand ins Krankenhaus musste, kann ich ihn da noch besuchen? Die Probleme der Trauerbewältigung, wenn ein von mir geliebter Mensch alleine im Krankenhaus verstorben ist und ich mich nicht verabschieden konnte. Hier gilt mein großer Dank allen ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeitern im palliativen Setting. Ihr habt großartige Arbeit geleistet. Es wurde uns auch bewusst, wie wichtig der Vorsorgedialog ist. Zu wissen, was ein Mensch möchte, wenn er es durch die Krankheit nicht mehr äußern kann. Ich denke, da haben wir noch viel zu tun. Ja, es freut mich sehr, in Vertretung unserer Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner den Abgeordneten zum Nationalrat, Herr Andreas Hanger, begrüßen zu dürfen. Herzlich Willkommen. Weiters begrüße ich in Vertretung von Landesrat Königsberger Ludwig den Landtagsabgeordneten Herrn René Pfister. Herzlich Willkommen. Eine besondere Freude ist es für uns, dass die Präsidentin des Dachverbandes Hospiz Österreich, Frau Waltraud Klassnick, zu uns nach Niederösterreich gekommen sind. Liebe Waltraud, herzlich Willkommen. Und ich darf Sie jetzt alle drei auf die Bühne bitten. Jetzt gleich. Man braucht noch kein Mikro, sondern ein Tisch zum Anlehnen, weil der alles dauert ein bisschen. Ja, dies ist eine besondere Veranstaltung. Wir haben fast 200 Ehrengäste, die ich Ihnen jetzt einzeln vorstellen möchte. Nein, als gelernter Beamter weiß ich natürlich, wie wichtig Protokoll und Begrüßungen sind. Aber wir Hospizler sind immer anders. Und deshalb werde ich Sie in Gruppen begrüßen. Ich bitte Sie, wenn Sie sich einer Gruppe zugehörig fühlen, einfach aufzustehen. Man kann natürlich auch mehrmals aufstehen, wenn man zu mehreren Gruppen gehört. Ich möchte Ihnen hier auf der Bühne einfach zeigen, wie bunt die Hospizlandschaft in Niederösterreich ist. Als erste Gruppe, und das werden jetzt viele sein, bitte ich alle aufzustehen, die jeden Tag bei schwer kranken, sterbenden Menschen sind. Alle haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter der spezialisierten Strukturen, bitte aufzustehen. Stopp, ihr wart es zu schnell. Hauptamtliche Niedersetzen passt. Aber ich hätte gern die Ehrenamtlichen noch einmal kurz, dass sie aufstehen. Ich denke, sie haben einen Sonderapplaus verdient. Mir ist klar, das geht alles nicht ohne Strukturen. Und deshalb freue ich mich auch, dass Frau Manuela Wasel, zweite Vizepräsidentin der österreichischen Palliativgesellschaft, bei uns heute da ist. Und ich möchte sie mit allen anderen Mitgliedern der OPG sehr herzlich begrüßen. Wir freuen uns natürlich besonders, dass nächstes Jahr der OPG-Konkreis in St. Pölten ist. Ja, für notwendige Strukturen ist die nächste Gruppe ebenfalls sehr wichtig. Ich darf alle Mitarbeiter der Niederösterreichischen Landesregierung und der landesnahen Organisationen wie EMTA, NÖGUS, Landgesundheitsagentur sehr herzlich begrüßen. Weiters die Vertreter der Bildungseinrichtung ohne gut ausgebildete Mitarbeiter können wir nicht arbeiten, der Selbsthilfeverbände und der AG Heime. Ja, dass es zu diesen Strukturen überhaupt gekommen ist, verdanken wir unseren Weggefährten. Es freut mich sehr, dass, wie ich ihn gerne bezeichne, der Mann der ersten Stunde, Herr Kommationalrat, Diplomkaufmann Herbert Binder, heute bei uns ist. Herzlich willkommen. Unser langjährigster Begleiter, der auch die Initialzündung zur Gründung des Landesverbandes gegeben hat, ist mein ehemaliger Chef, Hofrat Dr. Otto Huber. Herzlich willkommen. Bei ihm fanden wir immer ein offenes Ohr für unsere Wünsche und Anliegen. Manchmal überraschte er uns auch, indem er zu etwas Ja sagte, von dem wir im Vorfeld nicht wussten, wie wir ihm das irgendwie schonend beibringen sollen. Dass Niederösterreich im Hospiz- und Palliativbereich heute so gut aufgestellt ist, verdanken wir auch einem Mann, Herrn Franz Balkowitsch. Er war maßgeblich als Arbeitsgruppenleiter für die Ausarbeitung und die Umsetzung des integrierten Hospiz- und Palliativ- und Versorgungskonzeptes für Niederösterreich verantwortlich. Herzlich willkommen. Als Wegbegleiter begrüße ich auch alle ehemaligen Vorstandsmitglieder, Beiratsmitglieder, alle, die in diversen Arbeitskreisen mitgearbeitet haben. Herzlichen Willkommen und nochmals ein großes Danke für eure wertvolle Arbeit. Ohne Heimat geht das alles nicht. Ich begrüße den Hausherrn, Herrn Bezirkshauptmann Dr. Norbert Haselsteiner. Er ist auch Obmann des Vereines Hospiz-Melk und hat uns tatkräftig mit seinen ehrenamtlichen Mitarbeitern unterstützt. Danke. Jetzt bitte ich alle haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter, die im Bezirk Melk tätig sind, stellvertretend für alle Bezirke aufzustehen. Wie es so schön heißt, ohne Geld kann Musi. Es freut mich sehr, dass auch unsere Sponsoren den Weg auf die Schallerburg gefunden haben. Ich begrüße Herrn Dr. Peter Prober vom Landesverband der Niederösterreichischen Sparkassen, Frau Ingrid Herzog vom Landesverband der Niederösterreichischen Sparkassen, die den Landesverband schon seit vielen Jahren begleitet, und Herrn Alois Maurer, Team der S-Versicherung der Wiener Städtischen Landesdirektion Niederösterreich. Herzlich Willkommen. Ich muss mich hier wirklich für die langjährige Unterstützung bedanken, die eigentlich zu Gänze unseren ehrenamtlichen Mitarbeitern zugutekommt. Danke. Ja, und mein besonderer Dank gilt dem Team des Landesverbandes, den Vorstandsmitgliedern und den Mitarbeitern. Ihr seid das beste Team, das man sich als Vorsitzende nur wünschen kann. Danke für eure tolle Arbeit. So, und wer bis jetzt nicht aufgestanden ist, bitte jetzt. Ich hoffe, es ist nicht deswegen, dass ich jemanden vergessen habe, sondern Sie sich in keiner Gruppe gefunden haben, der Sie sich zugehörig fühlen. Trotzdem herzlich Willkommen. Ja, viele von euch werden einen Namen, der untrennbar mit dem Landesverband Hospiz Niederösterreich verbunden ist, vermisst haben. Unsere Ehrenvorsitzende, Frau Dr. Brigitte Ries. Als Brigitte mich vor zwei Jahren fragte, ob ich den Vorsitz übernehmen könnte, sagte sie zu mir, sie möchte einfach mehr Zeit für ihre große Liebe, Griechenland, haben. Voriges Jahr war es ja pandemiebedingt leider nicht möglich, dort hinzufahren. Jetzt ist sie in Griechenland. Wir vermissen sie heute sehr, aber wir sind es hier auch von Herzen vergönnt. Sie hat vor ihrer Abreise eine Grußbotschaft aufgenommen, die wir später sehen werden. Ja, ich hoffe, ich konnte Ihnen und Ihr liebe Waltraud ein bisschen zeigen, wie bunt die Hospizlandschaft in Niederösterreich ist und ein bisschen einen Einblick bieten. Ich denke, dass Hospiz- und Palliativkehr im Zusammenhang mit dem Gesetz zum assistierten Suizid jetzt besonders wichtig ist. Es muss für jeden Menschen, der es benötigt, 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr, eine adäquate Hospiz- und Palliativbetreuung mit ausreichend qualifizierten Personal möglich sein. Nur so können wir verhindern, dass die Menschen zum assistierten Suizid gedrängt werden. Wir dürfen dabei auf die Mitarbeiter der Teams nicht vergessen. Sie müssen ebenfalls damit lernen, umzugehen. Deshalb bitte ich die Verantwortlichen des Landes um ihre Unterstützung auch weiterhin. Wir brauchen es dringend. Danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Ladylike. Das ist schön, oder? Ganz ehrlich jetzt. Das gehört zum Genuss dazu heute. Man vergisst da, ist auch ganz wurscht. Ihr fastetig vergesst, was ich als nächstes sagen wollte, aber noch nicht ganz. Nachdem Sie die Vertreter der Politik bereits gesehen haben oder eigentlich Sie gesehen haben, wie viel Bewegung da ist, wie viele Menschen da sind, darf ich jetzt doch ein klein wenig protokollarisch Sie um Ihre Grußworte ersuchen. Und zu Beginn in Vertretung von Frau Landesrätin Königsberger Ludwig, Herrn Landtagsabgeordneter René Pfister. Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren, lieber Alexander, recht recht herzlichen Dank auch für die Einladung, auch im Namen unserer Landesrätin Uli Königsberger Ludwig und unserer Soziallandesrätin. Für uns bedeutet das, diesen wertvollen Dienst am Menschen, den Sie hier leben, den Sie tagtäglich leben und den Sie hier mit Herzblut leben, wenn wir das sehen, wenn die Frau Vorsitzende Ihre Teams, Ihre verschiedenen Teams hier auch begrüßt, dass Sie hier genau diese wertvolle Arbeit am Menschen leisten. Das ist das wertvollste Gut und das wissen wir sehr wohl auch zu schätzen. Und das bedeutet auch für uns, dass das Sozialbudget eines des ist, was nicht nur immer umkämpft ist, sondern das auch das Größte hier im Land ausmacht. Und daher noch einmal recht recht herzlichen Dank für Ihre Tätigkeit, für Ihr tagtägliches Beistehen, Dabeisein, Begleiten, das Sie da unter den schwierigsten Umständen auch machen. Wenn ich nur zurückdenke, knapp vor vier Wochen auch einen Arbeitskollegen, der hier sehr, sehr schwer erkrankt ist. Aber auch das bedeutet, dass es hier Teams gibt vor Ort und auch professionelle Begleitung. Und dafür möchte ich recht recht herzlich Danke sagen für Ihre Tätigkeit. Und Sie können sich darauf verlassen, dass das Land Niederösterreich, sofern wir hier auch die Möglichkeit bekommen und hier auch alles Mögliche tun, dass hier auch diese Unterstützung auch weiterhin gegeben ist. Herzlichen Dank. Super, Dankeschön. Vielen, vielen Dank für diese anerkennenden und auch schon für die Zukunft mutmachenden Worte. Sie sind alle aufgenommen, also ich wollte es nur gesagt haben. Und in Vertretung von Frau Landeshauptfrau Mikl Leitner, den Abgeordneten zum Nationalrat, Andreas Hanger, darf ich auch Sie um Ihre Wort, Ihre Grüße bitten. Jetzt geht es, oder? Ja, werte Fest- und Ehrengäste, meine sehr verehrten Damen und Herren, vor allem auch natürlich liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Hospizbewegung Niederösterreich, ehrenamtlich und hauptberuflich, darf mich einleitend für die Einladung bedanken, darf das auch im Namen unserer Landeshauptfrau Johanna Mikl Leitner tun, deren beste Grüße und Wünsche ich überbringen darf. Ich möchte Ihnen gestehen, ich bin gerade ein bisschen erleichtert, möchte aber anfangen damit, dass ich gerade was gelernt habe. Zwei Dinge habe ich gerade gelernt, man muss schauen in einem Verein, dass der Kassier Moderator ist, dann hat man wirklich die Kosten mit Sicherheit im Griff, das ist der Sportmann sehr klar. Und ich habe gerade gelernt, eine Begrüßungsform, wo man sicher niemanden vergisst, das ist auch etwas, was ich mitnehme, weil wir wissen, bei den Begrüßungen ist es manchmal nicht so einfach, wirklich auch alle mitzunehmen. Und zum Zweiten bin ich erleichtert. Ich bin vorgestern gefragt worden, ob ich kurzfristig hier die Frau Landeshauptfrau vertreten darf und ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich habe relativ wenig Erfahrung mit der Hospizbewegung, mit der palliativen Betreuung. Und ich habe mir gedacht, naja, was kommt da auf mich zu? Und ich habe mir gedacht, naja, vielleicht ein bisschen eine Schwere, es ist doch ein Thema, das nicht so das Einfachste ist, Menschen zu begleiten bei ihren letzten Stunden, vor allem auch die Familie. Und ich bin total erleichtert, dass man so viele fröhliche Gesichter da trifft, die lachen und einfach den 20. Geburtstag miteinander feiern wollen. Und das freut mich persönlich sehr. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, wir in Österreich sind Europameister. Leider nicht im Fußball, zwar der René und ich schon, wir spielen im FC Nationalrat, also bei den Parlamentariern, da sind wir sogar Europameister. Aber ja, da spielen noch viele Mannschaften mit, das muss ich auch dazu sagen. Das relativiert es vielleicht ein bisschen. Aber wir sind Europameister leider im Fußball, wobei wir ja den Regierenden Europameister ja fast auch geschlagen hätten. Wir sind Europameister im ehrenamtlichen Engagement. Es ist tatsächlich so, dass in Österreich in etwa dreieinhalb Millionen Österreicher und Österreicherinnen engagieren sich ehrenamtlich. Über 14 Jahre, dieser Wert knapp 50 Prozent. Wir sind ja mit Europaspitze, gibt jetzt keine genauen validen Daten. Aber ich sage jetzt einmal, wir sind Europameister. Und das ist etwas Unglaubliches, Wertvolles in unserer Gesellschaft. Und ich gebe jetzt zu, wenn wir über das ehrenamtliche Engagement reden, was fällt einem ein? Natürlich zuallererst einmal unsere Feuerwehr und übrigens gerade wieder in den letzten Tagen, gerade bei uns in der Region, unglaublich tolle Arbeit geleistet haben. Und zwar in die Rettungsdiensträger fallen uns ein, das Rote Kreuz und die Johanniter und viele andere auch. Wir fallen uns noch ein, der Kulturbereich, die Blasmusikszene, die Chorszene, alle Kulturschaffenden, die da ehrenamtlich arbeiten. Den Sportbereich, der fällt uns dann auch noch ein, weil es natürlich auch dort unglaublich wichtig ist. Aber ich gestehe Ihnen, ich habe nicht gewusst, dass auch die Justizbewegung von einem unglaublichen ehrenamtlichen Engagement getragen ist. Ich finde es persönlich immer sehr bemerkenswert, wenn das miteinander verbunden wird. Dieses Hauptberufliche und dieses Ehrenamtliche, das ist für Organisationen eine große Herausforderung. Da braucht es eine ganz tolle Unternehmenskultur, dass man da gut miteinander umgeht. Ich darf bei dieser Gelegenheit danke demjenigen sagen, der die Homepage macht für die Niederösterreichische Hospizbewegung. Ich habe mich natürlich bemüht, mich ein bisschen vorzubereiten und das ist eine ganz tolle Homepage. Das heißt, ich weiß jetzt ein bisschen was über die Hospizbewegung. Und es ist, glaube ich, das möchte ich schon mit Überzeugung sagen, eine unglaublich wertvolle Arbeit, diese seit 20 Jahren. Bei uns in Niederösterreich, die Walter Klassnik bemüht sich ja da auf der Bundesebene sehr, hier Systeme aufzustellen. Die hört dann wirklich auch für eine flächendeckende Versorgung, dass wir die auch entsprechend zur Verfügung stellen können. Und da darf ich natürlich auch im Namen der Landeshauptfrau ein großes, großes Danke sagen. Ich weiß aber natürlich auch, Politiker sollen nicht nur Danke sagen, sondern sie sollen natürlich auch dafür sorgen, dass es die entsprechenden Rahmenbedingungen gibt. Ich habe mich gerade noch etwas schlau gemacht, auch am heutigen Tag. Ich weiß, Frau Klassnik-Waldraut, es ist ein großes Anliegen, dass es natürlich eine vernünftige Regelfinanzierung gibt für diesen Bereich. Es ist im Regierungsprogramm verankert. Es gibt einen Finanzierungsschlüssel, eine Drittelteilung zwischen dem Bund, zwischen den Ländern und den Sozialversicherungsträgern. Und ich habe heute auch aus Wien wirklich die Absicht mitgenommen und ich habe mich dadurch einmal vergewissert, wirklich ein System auch zu bauen, das wirklich nachhaltig dann auch wirklich gut funktioniert in den nächsten Jahren, weil es, glaube ich, unglaublich tolle Arbeit ist, die man wertzuschätzen hat. Einen Aspekt möchte ich auch noch ansprechen, der mich wirklich sehr, sehr beeindruckt hat. Das ist so dieser Bereich der Kinder, der palliativen Betreuung im Kinderbereich. Ich habe persönlich nicht gewusst, dass wir in etwa in Österreich 5000 Kinder haben, die eine Diagnose haben, die einfach lebensverkürzend ist. Also wir reden von ungefähr 1000 Kindern, die wirklich auch palliativ betreut werden. Und, glaube ich, gerade der Bereich ist, und darin ist man fast wohl kalt, aber wenn ich darüber nachdenke, sich so einer Aufgabe zu stellen, wirklich auch in der Familie zu schauen, dass man das einigermaßen so darstellen kann, dass man halt wirklich auch mit einer großen Würde und mit einer großen Sicherheit diese Schritte gehen kann. In diesem Sinne wirklich ein großes, großes Dank an alle, die sich da einbringen für diese Hospizbewegung. Ich wünsche Ihnen noch einmal alles, alles Gute zum 20. Geburtstag. Feier man heute noch ein bisschen, würde ich sagen. Und vor allem auch alles, alles Gute für die Zukunft. Danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Andreas Hanger, für die wunderbaren einleitenden Worte oder die Gruß-Gruß-Worte. Was ich ja großartig finde, ist, wenn Sie so ganz nebenher bemerken, naja, so viel Ahnung haben Sie nicht gehabt, aber trotzdem nachgeschaut haben, sich da ein bisschen im Hintergrund schlau gemacht haben, worum es geht. Und dass Ihnen sofort aufgefallen ist, dass ganz viel gelacht wird. Und ich denke, das ist auch etwas, was die Community auszeichnet, nämlich viel Herz. Und zwar herzhaft lachen, ein Herz für die anderen Menschen, herzlich zusammen sein und vielleicht manchmal auch herzhaft weinen. Aber in jedem Fall immer mit ganz, ganz viel Herz. Und ich denke, das hat auch dazu beigetragen, dass so viel Gutes passiert ist. Wir haben uns überlegt, wie gestalten wir jetzt diesen Teil hier herinnen, den Festakt. Haben uns gedacht, naja, so klassische Vorträge, das hat man bei anderen Veranstaltungen auch. Wir machen das anders. Wir machen drei kurze Gesprächsrunden für Sie. Und zwar durch die Zeit, also bei drei Runden irgendwie ein bisschen auf der Hand liegend, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Einfach mit Weggefährten, mit Menschen, die hier entscheidend mitgeprägt haben. Ein kurzes Statement, eine kurze Anekdote. Und wenn Sie auch noch Zeit haben, werden Sie vielleicht noch wesentlich mehr spannende Geschichten über den Hintergrund hören. Und wie Claudia Zmüller es schon angesprochen hat, der Beginn des Landesverbandes und auch die ersten 20 Jahre waren natürlich entscheidend von Brigitte Ries mitgeprägt, die eben jetzt vor zwei Jahren den Vorsitz zurückgelegt hat und ihren Weg gefunden hat. Jetzt sitzt sie irgendwo in Griechenland. Vielleicht hat sie sogar die berühmte Bottle, man weiß es nicht genau. Und wir wünschen ihr, dass sie die Füße im weißen Strand steckt. Auf jeden Fall, sie schaut, ich weiß nicht, ob das Bote von ihr schon war, total glücklich und zufrieden aus mit den Grüßen, die sie uns geschickt hat. Und ganz frisch aufgenommen jetzt die Tage. Aber bevor sie, und man möchte zu Brigitte vielleicht eines noch sagen, sie war zwar theoretisch eine Vorsitzende, aber aus unserer Sicht war sie vielmehr eine vorauseilende, eine vorauslaufende. Gesessen ist sie ganz selten und für die Sache hat sie wohl so manche Schuhsohle durchgelaufen. Und jetzt ist sie zu neuen Ufern ausgelaufen. Aber bevor sie uns entlaufen ist, hat sie uns noch einen Gruß, du hast es schon angekündigt, dargelassen. Und den möchte ich am Beginn des Teils Vergangenheit bringen, weil er über die Geschichte erzählt, aber eigentlich über die drei Zeiten gleich einen Bogen spannt. In diesem Sinne, lieber Christoph, hinterm grauen Vorhang, kannst du von der Brigitte den Gruß einspielen und abspielen? Sehr geehrte Damen und Herren, liebe große Hospiz- und Palliativfamilie, einen wunderschönen Nachmittag, sei es hier auf der Schallerburg oder zu Hause vor den Bildschirmen oder vor den Bildschirmen auf ihrem Arbeitsplatz. 2001 wurde der Landesverband aus der Taufe gehoben, als gemeinnütziger, politisch unabhängiger und überkonfessioneller Verein. Proponentinnen waren Claudia Arzmüller, Beatrix Wondraschek und ich. Stunden über Stunden sind wir zusammengestanden, zusammengesessen und haben überlegt, wie wir den Landesverband auf die Beine stellen können. Unterstützt wurden wir von Hildegard Teuschl, der damaligen Vorsitzenden von Hospiz Österreich. Und auch seitens des Landes Niederösterreich, von der Landesrätin Lise Brokopp und von Herrn Hofraud-Doktor Otto Huber wurde dieser Schritt sehr begrüßt. Der Landesverband als Sprachrohr für die Ehrenamtlichen, als Interessensvertretung. Wir zählten damals acht Mitglieder und jetzt ist der Landesverband auf nahezu 80 Mitglieder angewachsen. Als Landesverband waren wir maßgeblich eingebunden in die Entwicklung des integrierten Hospiz- und Palliativversorgungskonzeptes für Niederösterreich. Wir waren im Dachverband in zahlreichen Arbeitskreisen, um einige zu nennen, Hospiz- und Palliativcare im Pflegeheim. Die Ausbildung, Schulung und die Standards für die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen haben wir mit definiert. Im Göck-Öbig haben wir die abgestufte Hospiz- und Palliativversorgung mitentwickelt und waren eingebunden bei der Ausformulierung der Strukturqualitätskriterien für den Erwachsenen- und für den Kinderbereich. Ein weiterer Meilenstein war die Kooperation mit dem NÖGUS, als es dann darum ging, die Strukturen zu begleiten und auf Qualität zu schauen. Qualität war dem Landesverband immer ein großes Anliegen und ist es auch heute noch. 19 Jahre durfte ich mit einem großartigen Team als Vorsitzende arbeiten. Ich möchte diesem Team ganz herzlich Danke sagen. Danke auch all unseren Sponsoren, Kooperationspartnern, allen Menschen, die uns in unserer Arbeit unterstützt haben. Und last but not least ein großes Danke auch an die politischen Vertreterinnen des Landes Niederösterreich, die meist ein offenes Ohr hatten und für unsere Anliegen zugänglich waren. Drei Gedanken sind es, die mich beschäftigen und die ich Ihnen heute mitgeben möchte. Erstens, der Landesverband ist eine unpolitische, politisch nicht abhängige Organisation und das ist unabdingbar auch für die Zukunft. Zweitens, das ist die hospizliche Haltung. Ich brauche, denke ich, hier nicht erklären, was wir unter hospizlicher Haltung verstehen, sowohl im ehrenamtlichen als auch im professionellen Bereich. Hospizliche Haltung kann nur gelebt werden und muss auch gelebt werden, wenn die Strukturqualitätskriterien erfüllt sind. Wenn mittels Sparstift zum Beispiel Personal eingespart wird, dann ist so manches, was Hospiz ausmacht, nicht mehr möglich. Und der dritte Punkt, der mir wichtig ist, ist gerade jetzt, wo es darum geht, die gesetzlichen Grundlagen für den assistierten Suizid zu vereinbaren, auszuarbeiten, zu definieren, auf allen Ebenen, auf Bundesebene, auf Landesebene, in den Vereinen, in den Strukturen. Deshalb ist es mir wichtig, darauf hinzuweisen, dass die lang ersehnte und lang geforderte Regelfinanzierung einfach noch nicht da ist. Und Hospiz und Palliativcare muss für jeden, der es braucht, greifbar und verfügbar sein. Dachverband Hospiz Österreich und die OPG haben bereits zu diesem Diskussionsprozess eine Stellungnahme abgegeben. Mir ist auch noch wichtig, darauf hinzuweisen, dass die vulnerablen Menschengruppen einen besonderen Schutz genießen müssen. Es kann nicht sein, dass zum Beispiel Menschen, die an Demenz erkrankt sind, die psychisch krank sind oder die körperliche Behinderungen Beeinträchtigungen haben, zu wenig geschützt werden und eventuell in einen Suizid hineingedrängt werden könnten. Im Leitbild des Landesverbandes steht, Ziel ist, dass alle Menschen, die von Sterben und Tod betroffen sind, eine menschliche, qualitativ hochwertige und ausgewogene Begleitung erfahren. Das ist noch immer und immer wieder aktuell. Und ich möchte mich hier und zum Schluss den Worten von Waltraud Klasnik anschließen. Hospiz und Palliativversorgung ist für ein menschenwürdiges Lebensende unverzichtbar. Dankeschön. Internet natürlich ein bisschen recherchiert und bin raufgekommen. Am 25. April 2001 haben Sie eine Enquete über die Schnittstellen in der Hospizarbeit moderiert. Das war eine Abmeldung. Als Vertreter der Plattform Hospiz. Es war damals übrigens auch schon ein gewisser Hofrat Huber mit dabei, eine gewisse Brigitte Risse, eine gewisse Claudia Zmüller. Also wir sind eh irgendwie die Grandenrunde hier. Aber Sie damals Vertreter der Plattform Hospiz. Wie und warum ist es damals zur Gründung der Hospizplattform in Niederösterreich gekommen? Was war damals das Ziel? Naja, ich bin zur Plattform Hospiz oder die Plattform Hospiz ist zu mir gekommen, wie der Pilatus ins Gredo. Der Herr Dozent Schmatz, den manche da anwesend vielleicht kennen, hat bei uns im Lions Club San Pölde einen Vortrag gehalten zum Thema Hospiz. Das war damals ein bisschen was Exotisches noch. Es war, nachdem das Publikum sehr jung ist, es war gegen Ende des vergangenen Jahrtausends, wenn ich es so richtig formulieren darf. Und hat den Vortrag über Hospiz gehalten und Palliativmedizin. Und der Vortrag war so eindrucksvoll, dass also ein gemischter Club, da sind ja nicht nur Katholen drin, sondern alle Weltanschauungen und Nicht-Weltanschauungen, so begeistert war, dass er mich beauftragt hat, ich soll mir ein bisschen umschauen, was wir konkret spenden können für diese Hospizidee. Und aus diesem eigentlich zufälligen Anlass heraus habe ich mich befasst mit Hospiz. Ich gestehe, dass ich dadurch erst dazu kam, es war einige Jahre vor der Jahrtausendwende. Und ich bin auf viele Sachen zu meinem Erstaunen draufgekommen, die ich nicht gewusst hatte. Vor allem aber bin ich draufgekommen, dass da ungeheuer viel Kreativität und Idealismus und Engagement dahinter steht. Aber, dass alle diese Leutchen völlig ohne Netz arbeiten. Es gibt keine Strukturen, es ist kaum eine rechtliche Basis. Von der Finanzierung her war das alles einigermaßen im Allgemeinen. In manchen Fällen, und da bin ich meinem Nachbarn dankbar, den ich heute das erste Mal persönlich kennenlerne für seinen Dienst, in manchen Fällen wurde das als Privatvergnügen oder als, nur Hoppe, nicht gerade, aber als Privatangelegenheit, beispielsweise in Spitälern betrachtet, wenn sich jemand mit Sterbenden beschäftigt hat, der Arzt war oder Krankenschwester und so weiter. Also ich war eigentlich erstaunt über diese Struktur und bin in meiner Unsicherheit dann zu meiner alten Sportsfreundin gegangen, zur Lise Brokkop. Es zeigt sich, unsere Sportkarrieren waren verschieden, wie man merkt. Und ich habe gesagt, wie geht es dir, du bist die Zuständige da in der Landesregierung dafür. Und sie hat gesagt, du ehrlich gesagt, mir geht es genauso. Ich habe so viele Initiativen, alle kommen zu mir und ich tue mir wirklich schwer, da einen Überblick zu bewahren. Und dann kamen wir, und damit möchte ich die erste Frage beenden, kamen wir zur Überzeugung, wir bilden so etwas wie eine Plattform. Es war eine politische Plattform im weitesten Sinne, nicht eine parteipolitische. Natürlich waren die parteipolitischen Organisationen dabei, aber es waren die drei Karitassen dabei. Ärzte Zesse Wien und Karitas Diakonie und so weiter. Es waren dabei, das war mir ein Anliegen, die Ärztekammer, vom Anfang an kompetente Partner. Es war dabei die Gebietskrankenkasse. Ich tat mir etwas leichter, weil ich war damals schon seit einigen Jahrzehnten Geschäftsführer des größten Medienhauses des Landes und war gut vernetzt. Also es war vom Anfang an eigentlich alle Interessierten an einem Tisch und das war die Plattform. Und diese Plattform hat ganz kuriose Statuten gehabt. Sie war auf drei Jahre begrenzt laut Statuten. Was wir in drei Jahren nicht zusammenbringen, bringen wir nachher auch nicht zusammen. Und das Hauptziel war, die Gründung dieses Landesverbandes vorzubereiten und auf Landesebene, auf Spitalsebene und so weiter und so fort, wenn die anderen dann dazu was sagen. Vor allem mein Freund Otto Huber, der damals noch kein Hofrat war. Er war der Leidtragende, oder nicht der Leidtragende, der Lasttragende im Vorhof des Tempels bei der Lise Brokow. Lasttragende klingt jetzt ganz komisch. Aber auf seinen Schultern lag wirklich viel. Wir bereiteten also das Terrain vor, auf im weitesten Sinne politischem Sektor, mit dem Ziel, das Ganze ist verfassungsrechtlich nicht gedeckt, aber es ist gruppendynamisch gedeckt, wenn etwas herauskommt. Vielen Dank. Ich habe eines weniger. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Binder. Das sind oft Geschichten. Manche, die dabei waren, kennen uns. Für die anderen ist es eigentlich total spannend, was sich getan hat. Sie haben einen Satz gesagt, das war damals noch für viele ein Hobby, die das so nebenher oder ehrenamtlich oder unstrukturiert gemacht haben. Jemand, der das schon relativ früh zum Hobby gemacht hat und dann aber schnell auch in die Professionalität. Natürlich war Beatrix Wondracek, ich denke, Palliativpflege der ersten Stunde und genau in diesen Zeiten auch der Gründung, der Gründung des Landesverbandes mit dabei. Heute immer noch in der Erwachsenenbildung hochaktiv. Label heißt übrigens, ich mache keine Werbung, aber ich erwähne es, maskenlos, wo es genau darum geht, ihm hier und jetzt präsent zu sein. Bea, wie bist du zum Thema gekommen und wie ist es damals gelungen, die wahrscheinlich noch ziemlich dünn gesäten und weit verstreuteten Verbündeten aufzuspüren und zusammenzubringen? Ja, sie aufzuspüren war nicht so schwierig, weil es kam, glaube ich, niemanden mehr vorbei, den ich gefragt habe, ob er schon einmal das Wort Hospiz gehört hat. Und meistens sind die Damen ein bisschen in Resonanz gegangen, aber verstanden, Hospiz noch nie gehört, was ist denn das? Und so war schon das Gespräch, hat schon begonnen. Aber vielleicht zum Vorspann, ich bin diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester, habe lange auf der Unfallchirurgie gearbeitet, wo ja alles zusammen genagelt wird und repariert wird, aber nicht gestorben wird. Und es war wie, ich weiß es nicht, wie ich es ausdrücken soll, immer wieder begegnete mir der Tod bei jungen Menschen, bei alten Menschen und auch bei Menschen, die eine bösartige Diagnose hatten und manchmal wurde vorbeigegangen und das hat mich als doch sehr sensible Krankenschwester sehr, sehr berührt und wusste, ich muss etwas tun, damit ich in diesem Beruf weiter sein kann und mache dann den Kurs beim Professor Becker, der uns den Film gezeigt hat, den wahrscheinlich viele kennen, noch 16 Tage. Und das war der Schlüssel. Ich bin heimgefahren nach diesem Kurs und habe gewusst, ich baue in Krems ein Hospiz. Ich wusste überhaupt nicht, wie sowas gehen soll, aber da drinnen spürte ich, ich baue ein Hospiz für die Menschen, die nicht mehr für sich sprechen können und für sich handeln können. Und so begann mein Weg im Wohnzimmer. Das war meine erste ehrenamtliche Gruppe, dann eine zweite und dann hörte die Karre das von mir und lud mich ein, ob ich nicht mit ein paar anderen einen ehrenamtlichen Hospizdienst aufbauen möchte. Ohne zu denken, ja zur damaligen Zeithalt, jetzt würde ich hinterfragen, was das bedeutet, die Aufgabe, habe ich sofort gesagt, natürlich mache ich das. Und so begann es, dass ich halt bei der Caritas eben den ersten ehrenamtlichen Hospizdienst aufbauen durfte und dachte, da gibt es schon Ehrenamtliche, aber die mussten wir erst zusammenholen und dann ausbilden und es war eine wunderbare Zeit und auf diesem Weg durfte ich auch dann Ausbildungen machen und war auch Teilnehmerin des allerersten österreichischen Palliativlehrganges an der Kardinal-König-Akademie. Und die Begründerin, die Initiatorin war eben Hildegard Treuschel, auch einer meiner Lehrerinnen und Mentorinnen und plötzlich im Kardinal-König-Haus sitzend, gab es auch andere noch so Entrückte oder Verrückte, die sich dieser Idee auftun wollen und das war wunderbar, weil es geht in der Hospizbewegung nicht ohne Netzwerken, ohne Miteinander. Und in diesem Lehrgang war auch Brigitte Ries. Wir zwei Niederösterreicherinnen, waren noch ein paar andere Niederösterreicher, aber wie es so sein wollte, hat die Hildegard Treuschel eines Tages zu uns gesagt, na was ist mit euch Niederösterreicherinnen? Wollt ihr nicht einen Verband gründen? Da gab es die Vorarlberger, die waren schon ein Stück weiter, die Steirer waren auch schon ein Stück weiter. Was ist mit uns Niederösterreicher? Und wie es so war, der Hildegard Treuschel zu widersprechen, hat sich niemand getraut. Und wir beide auch nicht. Und dann haben wir sich angeschaut, weißt du, wo sein Verein ist? Hat die Brigitte gesagt, nein. Hat sie gesagt, weißt das du? Ich habe gesagt, die weiß das auch nicht. Wir kamen ja vom Bett, von den Menschen, vom Puls des Geschehens. Und da es keinen Widerspruch gab, haben wir sich halt schlau gemacht, wie wir sowas machen sollen. Und haben wir halt diskutiert und wen könnte man denn noch fragen. Und so kam es dann, dass wir zwei immer die Köpfe zusammengesteckt haben, die Brigitte und ich. Und dann uns in Mödling getroffen haben und dazu haben wir uns dann, haben wir auch die Claudia Arzmüller eingeladen, dann waren wir schon zu dritt. Drei Frauen, also es spiegelt sich immer wieder die Frauenpower, die sich in der Hospizbewegung darstellt. Und haben dann halt überlegt, wie das gehen könnte. Wir brauchen noch mehr und haben dann noch dazu geholt, eben den Edgar Führer, die Monika Honeda und die Sigrid Boschert. Und somit waren wir ein Team und haben dann halt Schritt für Schritt, wie eine kleine Schnecke, den Verband aufgesetzt mit viel Information, was wir eingeholt haben und den dann im Jänner gegründet. Und das war schon ganz was Besonderes für uns. Und wir haben mit unserem Feuer, mit unserer Vision einfach alle beflügeln wollen. Und sicher war ich auch missionarisch unterwegs. Und ich denke, ja, im Reife des Alters hat sich manches beruhigt. Und ich freue mich, dass die Hospiz und die Palliativarbeit so gut gewachsen ist. Es ist ein Herzblut. Es ist die Haltung. Und eines möchte ich gerne sagen, ohne den vielen Ehrenamtlichen, ohne den vielen Menschen, die sich mit ihrer Haltung einbringen, würde es keine Hospiz- und Palliativarbeit geben, weil das niemals leistbar ist und nicht möglich ist. Es braucht ein Mensch, braucht einen Menschen. Und dann unsere Profession, sei es Pflege, Medizin, Sozialarbeit, was auch immer. Aber wir brauchen uns Menschen zusammen. Danke. Sehr schön. Danke. Jetzt haben wir ausreichend. Danke. Danke, Bea, für diesen wunderbaren Einblick. Man spürt es heute noch brennen, oder? Ja, enorm. Und ich muss dir bei einem recht geben, natürlich ist die Hospizlandschaft sehr, sehr weiblich. Aber unter uns gesagt, wir haben uns gedacht, wir brauchen ein paar Quotenmänner. Und darum ist diese Runde jetzt so zustande gekommen. Und weil wir dabei sind, ich habe das jetzt gerade von Ihnen, Herr Binder, gelehrt, der seinerzeitige Herr Dr. Huber, langjähriger Leiter Abteilung Gesundheit Soziales, von Start weg mit dabei. Wir haben das nachgezählt. Ein Fürsprecher für Hospiz und Palliativ unter gezählten sechs Landesrätinnen. Und immer konnten wir zu ihm kommen. Da sieht man, wo die Konstanten sind, oder? Und ich habe sehr oft als Begrüßungsredner erlebt, bei vielen Veranstaltungen immer ganz viel Herz, Engagement und Leidenschaft für die Thematik wahrgenommen. Wie ist es damals, aus Ihrer Sicht, vor 20 Jahren zur Idee vom Landesverband gekommen? Und warum war es Ihnen und auch der Politik ein Anliegen, die Gründung zu unterstützen? Ja, Stichwort Herz und Leidenschaft war das, was ich bei Lise Prokop mitgenommen habe. Herz und Leidenschaft für die Hospizbewegung. Eigentlich ist die Saat vor 20 Jahren schon viel früher gelegt worden, weil sind ja die Namen alle schon genannt worden, Hildegard Teuschel, Kardinal König. Aber es war damals die Zeit reif, dass wir von der Plattform, wo viele Träger zusammen waren, dass wir damals gesagt haben, legen wir die Verantwortung dorthin, wo die Expertise, wo das Fachwissen da ist. Brigitte Ries hat es in ihrer Videobotschaft ja gesagt. Mir ist es damals gegangen um Qualitätssicherung und Weiterentwicklung. Und eine Weiterentwicklung ist nur dann möglich, wenn jemand schaut, wie sich die Qualität entwickelt, darauf schaut, auch koordiniert, den Ausbauplan zu begleiten. Und das war, glaube ich, damals, ich war ja damals schon nicht mehr bei Lise Prokop, das habe ich im Maßen gehabt, dass ich von ihr weggekommen bin, aber nicht ganz weggekommen bin, sondern dann in die, man sagt Verwaltung, ich habe mich von der Verwaltung immer ein bisschen geschreckt, sondern in die Umsetzung. Man hat dann das, was man quasi im politischen Umfeld so direkt mitgenommen hat, dann in der Praxis umsetzen können. Und das war das Schöne, dass das, was damals entwickelt wurde, so mit dem Landesverband dann eine Struktur bekommen hat. Und zwar eine regelmäßige Struktur und eine Qualität, die mir besonders auch wichtig war. Und ich habe mich auch nicht viel um das dann kümmern können, sondern es war einfach so schön zu sehen in den nächsten 20 Jahren, dass da eine Bewegung entstanden ist, die toll war. Und es ist so vielfach der Spaß, heute schon erwähnt worden. Und ich bin auch deshalb immer gern zu den Veranstaltungen gekommen, weil es da auch so lustig zugegangen ist. Ich selber bin auch nicht der Vatertyp, aber es war einfach immer dort eine Quelle, eine Kraft zu holen und Kraft zu tanken für das, was man heute tagtäglich oder in den nächsten Jahren überlegt hat. Und ich bin da wirklich auch der Politik dankbar, wenn ich Barbara Schwarz hier sitzen sehe, dass ich da auch die Maßen gehabt habe, dass die politische Unterstützung auch wirklich da war. Ich tue mir noch immer schwer, ich bin ja seit einem Jahr jetzt in Pension, über Vergangenheit zu reden. Also das ist für mich was Neues und das muss ich erst lernen, dass ich quasi über die Vergangenheit rede. Da habe ich nie gerne über Vergangenes geredet. Aber es ist so Schönheit, dass wir uns wieder treffen können, dass man wieder Begegnungen ermöglicht. Das ist ja in der Hospizarbeit das ganz Entscheidendste, dass man sich mit Menschen austauschen kann. Und ich habe immer eine Geschichte erzählt, auch bei diesen diversen Hospizankäten, wir machen das ja einmal, wir haben das einmal im Jahr gemacht. Also ganz habe ich es noch nicht weg. Und da ist mir wieder gestern bewusst geworden, wie wichtig das ist. Ich habe einen Freund, der ist zwei Jahre jünger, also ich habe den gestern besucht, der hat die Krankheit, also für die, die medizinische Insider sind, der hat alle sehen, also das ist etwas, das Steve Hawkins hat, der ist voll im Berufsleben. Und den habe ich gestern nach einem Jahr, nachdem ich ihn wieder gesehen habe, besucht. Versucht halt aufzubauen. Der sitzt schon im Rollstuhl. Und da hat er, und ist in Deutschland aber tätig. Und in Deutschland war er dann in der Verzweiflung, Diagnose, was hat er jetzt wirklich in der Charité in Berlin. Und statt, dass die sicher tollen Mediziner dort ihm einen Weg aufzeigen, wie ein Leben an Qualität haben kann, auch für Menschen mit schweren Erkrankungen, die sind geistig topfit, haben sie ihm nichts anderes gesagt, als was als nächstes. Eine Verschlechterung des Grundnerturstands, das auch dann bald beatmet werden muss, anstelle, statt dass ihm sagen, es gibt da Menschen, die in schweren Zeiten auch eine Qualität haben können. Und das hat mir so, das habe ich für heute wieder mitgenommen, dass das, dass wir da noch viel zu tun haben, da bin ich schon wieder in der Zukunft, dass es um viel wichtigere Dinge geht, als jetzt im medizinischen, fachmedizinischen Kontext den Patienten vielleicht doch einmal andere Botschaften zu ermitteln. Und das wollte ich noch für heute noch mitnehmen, dass das, habe ich mir vorgenommen, das muss ich, obwohl ich nur zwei Minuten Zeit habe, das muss ich noch einmal bringen und mich bei Ihnen bedanken, dass das, was dort zum Beispiel bei dem meinem Freund passiert ist, ich glaube nicht so. Und ich bedanke mich wirklich für die 20 Jahre, es war immer schön, dass ich mit euch zusammen viele Stunden verbringen durfte. Danke. Einfach gefragt, ob Sie mal nach Mödling in die alte Klischerei kommen und uns an Ihren Geschichten teilhaben lassen, die Sie speziell berührt, bewegt haben. Es wusste keiner, was die Frage ist, aber es sind ganz viele gekommen. Wir können gar nicht alle machen, aber einen kleinen Ausschnitt haben wir jetzt an diesen Geschichten, die bewegt haben, die noch immer bewegen, für Sie wieder mitgebracht, Herr Hofbildmeister. Vielleicht den Film von Mödling. Vielen Dank. Sie sind alle gestern worden, weil Sie gucken, wie wir anstehen. Ich will noch mal flach, sonst hätte sich gewöhnliches mit dem Leben nachlassen. Musik Also ich bin die Nina, ich bin 49 Jahre alt. Ich begleite jetzt, also Krankenschwester bin ich seit 30 Jahren und im Palliativteam seit 12 Jahren und ich bin vom Palliativteam Lankirchen. Mein Name ist Christa Taus, bin aus Wiener Neustadt, bin 66 Jahre alt und begleite schon seit 10 Jahren. Zuerst im Erwachsenen Hospiz Wiener Neustadt und dann bin ich gewechselt zu Hoki U. Also mein Name ist Manfred, ich bin 60, bin Kinder- und Palliativarzt und das seit, also Kinderarzt schon länger, Palliativarzt seit ungefähr 20 Jahren und Kinderarzt seit 35 ungefähr. Also ich bin Anna Gertzbrowska, bin ich 42 Jahre dieses Jahr, arbeite schon 20 Jahre im Pflegeheim, also 10 Jahre im Pflegeheim, aber früher war ich Krankenschwester. Thema Palliativ, also beschäftigt mich ja immer, das ist unsere, habe ich Kontakt jeden Tag eigentlich damit. Was war so dieser eine ganz besondere Moment oder Begleitung oder Erlebnis, das tief berührt hat, dass in Erinnerung geblieben ist, dass Ihnen was gemacht hat mit Ihnen? Ja, meine erste Begleitung im stationären Hospiz Wiener Neustadt. Bei meiner früheren Arbeitsstelle hatte ich eine Chefsekretärin. Man durfte sich nur auf zwei Meter nähern damals. Es war irgendwas mit der Frau passiert, wurscht was. Und ich wurde vom Krankenhaus angerufen, ob ich eine Dame im Hospiz begleite, die kennt mich gut. Lass mich überraschen, komme dort rein, ist es diese Dame. Und sie hatte nur gehalten werden wollen, nur gestreichelt, also einfach Körperkontakt. Und das hat für mich eigentlich mich berührt. Ich habe die 20 Jahre fast gehabt. Man durfte ja keine Hand geben, gar nichts. Und dann plötzlich in den letzten Tagen, Stunden, hat sie eigentlich Nähe gesucht. Es war für mich eine sehr große Erfahrung, was da vorgeht in einem Menschen. Puh, da gibt es ein Besonderer. Da würde mir viele Besondere einfallen, weil es ist ja jede Betreuung eine Besondere. Aber ein wirklich ganz besonderer Moment, wenn ich über das nachdenke, ist es war eine Betreuung von einem Mann, der eine ziemlich große Bindung zu mir irgendwie aufgebaut hat. Und wo ich mit der Tochter in seiner letzten Lebensphase viel telefoniert habe. Und sie hat gesagt, du, der Papa kann nicht gehen. Und er redet immer von einem Enkel, der kommen muss. Und jetzt von einem großen, blonden Enkel. Und jetzt war, seit seine Schwester war schon da. Und alle, die großen, blonden sind, waren schon da. Und irgendwie kann er nicht gehen. Und sie hat gesagt, ich glaube, der wartet auf dich. Und dann bin ich damals hingefahren in der Früh und bin zu ihm hineingegangen und habe mich hingesetzt und habe so ein paar Worte mit ihm gesprochen. Und dann hat er meine Hand gehalten und dann ist er wirklich verstorben. Und ja, ich bin dann rausgegangen damals aus dem Zimmer und habe so irgendwie dieses Gefühl gehabt, ich habe ihn irgendwie mitgehabt. Also nicht in einem unangenehmen Gefühl, aber irgendwie habe ich mir das Gefühl gehabt, er ist mit, er ist da. Und er hat mir damals anvertraut, er war ein Jäger, dass er im Wald einen besonderen Platz gehabt hat mit einem Bankerl, wo er halt immer gesessen ist und wo er sich so entspannt hat. Und ich bin dann zu diesem Platz gefahren und habe mich dann dort hingesetzt und habe halt an ihn gedacht und habe mir gesagt, er kann jetzt da bleiben auf diesem Platz und bin von diesem Platz weg und er war weg. Also er war nicht mehr mit mir mit dabei. Und zwei, drei Tage später hat mich dann die Tochter wieder angerufen und gesagt, sie hätten gern, dass ich nochmal vorbeikomme. Und dann haben sie mir so einen großen Engel geschenkt, so einen Steinengel, so einen Hockenden, der auf der Hand so einen kleinen Marienkäfer hält und betrachtet. Und das war so wunderschön, weil das war einfach, dass ich ihm gesagt habe, du warst sein Enkel, auf den er gewartet hat. Und der steht jetzt schon seit Jahren bei mir im Vorzimmer und hat einen besonderen Platz. Also das war für mich schon eine sehr beeindruckende Betreuung, weil man einfach so nahe rankommt und dass die Leute dann wirklich auf einen warten, so für diesen Abschied. Und ja, man muss halt an dieses vielleicht auch glauben, dass man jemanden mit hat, diesen Geist oder annehmen können, wie auch immer, aber es war total wichtig. Und es war total schön. Es war wirklich eine schöne Begleitung damals. Und das bleibt mir sehr lange in Erinnerung, aber da gibt es einige so Geschichten. Das Tiefste, was mich berührt hat, das war, wie meine Oma ins Hospiz gekommen ist. Das Thema hat mich dann beschäftigt, aber habe ich mich so richtig nicht direkt nur mit dem Thema beschäftigt, sondern allgemein mit der Pflege und Betreuung und Begleitung. Aber ja, es ist schwer. Also schwer, aber tut gut, den Leuten zu begleiten. Puh, an eine. Es sind natürlich einige Situationen, die mir da einfallen. Eine ganz spezielle ist vielleicht ganz am Beginn, warum ich auch mit dem Ganzen begonnen habe, wie ich noch im Krankenhaus war, an eine Situation, als ein Kind verstorben ist und dieses Kind dort wirklich dann alleine gelassen wurde, weil sich alle weggedreht haben und keiner den Anblick sehen konnte und immer gedacht habe, nein, das kann es nicht sein. Also da will ich irgendwas tun und die Eltern dort überfordert waren. Und das war eigentlich der Beginn, wo ich gesagt habe, da will ich was tun und da will ich was ändern. Und das ist vielleicht das, was bei mir den meisten Eindruck hinterlassen hat. Also was da schon auch ist, wenn ich so wen begleite und es ist dann, man merkt, und jetzt ist das Ende gekommen, jetzt ist vorbei, wo ich dann, wenn ich am Weg dann nach Hause bin, wo ich mir dann schon vornehme, also jetzt das wieder mit der Familie, mit den eigenen Kindern und das Ganze schon zu intensivieren und intensiver zu erleben und intensiver was zu machen, weil es kann so schnell vorbei sein. Und das sind diese Sachen, die dann für mich persönlich, wo ich mich dann frei auf Zuhause wieder, auf die Kinder, auf meine Frau und das sind Sachen, die ich persönlich da herausnehme, ja. Jeder Moment berührt mich, wenn die Leute sich öffnen oder das Handhalten, das da dabei zu sein, diese Zeichen, das Danke, dass du da bist, obwohl sie gar nichts sagen. Aber das ist was Besonderes, das kann man ja kaum beschreiben, ehrlich gesagt. Darum mache ich diesen Job ja schon seit Jahren so gern, weil man einfach, man gibt zu viel her, aber man kriegt viel, viel mehr noch zurück, als was man geben kann. Das wäre diese besondere Geschichte. Vielen Dank. Musik Musik Wer von Ihnen hat einen linken Arm mitgebracht? Kann man kurz sehen bitte? Tatsächlich, ja, linke Arme. Wunderbar. Und für dieses Experiment brauchen Sie genau diesen linken Arm und Acht geben, dass Sie keinen Ihrer linken Nachbarinnen oder Nachbarn irgendwie zu nahe kommen. Und die Aufgabe ist folgende, machen Sie bitte alle mit, nehmen Sie einen linken Arm, ja, und jetzt halten Sie bitte alle Ihren linken Arm senkrecht. Machen Sie. Das, danke. Das hat jetzt ein bisschen gedauert, gell? Und tatsächlich, Sie haben es nicht so schön gesehen wie ich, also nach einer, ein paar waren sofort ganz engagiert, ein paar, zögerlich, war es der nette Unterschied zwischen senkrecht und waagrecht, immer bläder Moderator oder so, nein, ich weiß ihn. Und dann nach und nach hat es sich umgeschlagen, aber tatsächlich der erste Impuls, es so zu machen, auch wenn ich senkrecht sage, einfach, weil immer das vorgelebte Beispiel, das, was man nach außen bringt, hundertmal mehr zählt als die Worte. Und darum ist die Frage, was aus diesen guten Worten geworden ist, was aus den Beispielen geworden ist. Und so darf ich meine zweiten, also die Gesprächspartner meiner zweiten Runde auf die Bühne bringen, wo die Gegenwart und die Frage, was ist daraus geworden, kurz beleuchtet wird. Zwei, drei Minuten, Sie kennen das Prozedere. Das heißt, meine nächsten jeweils zwei bis drei Minuten Partnerinnen und Partner würde ich ersuchen, den Direktor für Medizin und Pflege der Niederschen Landesgesundheitsagentur, Dr. Markus Glamminger, die Obfrau des Hospizverein Badens, Andrea Hohl und den operativen Geschäftsführer Kulturregion Niederösterreich, Martin Lamerhofer, heraufersuchen. Die Mikros sind wieder frisch desinfiziert, wie ihr den eigenen. Ich greife mir meine Dreckleveln an, aber die sind auch desinfiziert. Also somit passt das. Ich bin sauber und geimpft, gechippt, entwurmt, also alles, was es heutzutage braucht. Ich darf, Herr Dr. Glamminger, gleich mit Ihnen anfangen. In Ihrer Vita gibt es zu lesen, dass Sie am Weg zur Medizin, mit der UNO unterwegs waren, in Camps gewesen sind, sicherlich an ziemlich intensiven Stellen, wo es auch sehr, ich würde mal vermuten, heftig zugegangen ist, Einsatz gemacht haben, bis Sie dann letztendlich Ihren jetzigen Job in der Landesgesundheitsagentur als Direktor haben. Aus Ihren Erfahrungen heraus, welchen Stellenwert hat gute Hospiz- und Palliativbetreuung, auch vor allem in Zeiten wie jetzt mit Pandemie und vielen Einschränkungen rundherum? Ja, guten Tag von mir aus. Herzlichen Dank für die Einladung. Was Sie alles ausgegraben haben, ist gigantisch. Mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet, das ist schon lange her. Wann bin ich das erste Mal damit in Berührung gekommen? Ich bin ja ein gelernter Chirurg und war über zehn Jahre lang an der Chirurgie in Krems und wir waren eine sehr onkologisch ausgerichtete Chirurgie und haben dann doch auch viele Patienten und vor allem Patientinnen mit Mammakarzinom gehabt, wo damals nicht wirklich die Therapien schon so weit waren wie jetzt und wir haben dann auch viele Patientinnen am Schluss begleiten müssen und die Angehörigen natürlich. Und die einzige Unterstützung war damals bei uns, der Doktor-Dozent Schmatz damals, den wir sehr froh waren, dass wir ihn gehabt haben, weil der hat mit den Patienten und mit den Angehörigen gesprochen. Und wie ich dann zum NÖGUS gewechselt habe, 2000, bin ich dann das erste Mal mit der Thematik palliativ in Verbindung gekommen. Und ich muss mich natürlich als damaliger Holding-Mitarbeiter, der ich dann wurde und dann LGA-Mitarbeiter, darauf konzentrieren, was ist denn daraus geworden, was uns jetzt betrifft als LGA und da ist sehr, sehr viel daraus geworden und da bin ich sehr, sehr froh dafür. Wir haben jetzt sieben Palliativstationen in unseren Häusern, wir haben sechs Hospize in unseren PPZs verteilt, wir haben über 20 mobile Palliativ-Einheiten und da muss man die Leute auch einmal finden, die sich dafür interessieren, um dieses wirklich schwere Amt zu tun. Und wie wichtig das ist, kann ich jetzt auch persönlich sagen, also ich habe eine sehr engste Angehörige mit einer onkologischen Erkrankung, mit Nochemetastasen, die in Krems und da möchte ich mich bei der Frau Dozentin Greyer, die ich heute schon gesehen habe, herzlich bedanken, im Palliativ-Team behandelt, betreut wird, so gut, weil es ist ja nicht nur Begleitung, gerade in der Palliativmedizin ist ja auch die richtige Schmerzeinstellung und so weiter ein Thema und die ist zum Beispiel so gut beieinander jetzt noch, dass sie jetzt wieder eine Schiffsreise von Wien ans Schmerze Meer plant, weil sie so gut eingestellt ist, ihre Schwester wird sie begleiten und ich hoffe, dass das auch funktioniert. Und auf der anderen Seite kann ich mich auch bei meiner Tour durch die PPZ, also ich habe mir vorgenommen, jedes PPZ zu besuchen, das ja voriges Jahr zu uns neu in die Organisation gekommen ist und da konnte ich mich erst letzte Woche in St. Pölten überzeugen, wie hervorragend die Arbeit auch auf der Hospizstation gemacht wird. Ich habe auch gesehen, die Frau Direktor Koss und der Herr Ney sind heute hier und möchte mich auch, den Ehrenamtlichen haben wir heute schon gedankt, aber ich muss mich auch bedanken bei denen, die das hauptberuflich, hauptamtlich machen. Das ist kein leichter Job, das ist ein ganz, ganz hervorragender Job, den Sie da machen und gerade in der Pandemie haben wir es jetzt gesehen, es war ja nicht einfach. in den Kliniken, wenn du fünf oder vier Tage im Krankenhaus bist, ist dir das Besuchsverbot wurscht. Aber wenn du dort auf einer Palliativstation bist oder in den letzten, sage ich einmal, Zeit deines Lebens bist oder du bist in einem Pflege- und Betreuungszentrum, wo du wohnst und lebst und auch auf der Hospizstation und du kannst nicht besucht werden, dann ist das unendlich belastender, als wenn du wegen einem Blinddarm im Krankenhaus liegst und es kann keiner kommen. Und da muss ich ganz, ganz ehrlich sagen, haben Sie das alle hervorragend gemacht. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die diesen verantwortungsvollen, schweren Job so hervorragend machen und wir haben noch einiges vor, weil bis 2025 sollen ja noch mindestens zwei, wollen ja drei Palliativstationen dazukommen. Herzlichen Dank. Danke. Danke, Herr Dr. Klamminger. Und absolut, die Hauptamtlichkeit absolut wichtig, viel Professionalität und auch da kann Niederösterreich, denke ich, stolz sein auf die Strukturen, die geschaffen worden sind in den letzten Jahren und genauso wie die Hauptamtlichkeit und wie die Ehrenamtlichkeit ebenfalls schon gehört und auch das ist ein elementarer Teil, gleichermaßen. Und da ist Andrea Hohl, Obfrau, Hospizverein Baden hier und somit sozusagen die ehrenamtliche Seite und ich will gar nicht sagen die andere Seite, sondern nur die zweite Hälfte, die die Betreuung und Versorgung ganz machen. Im Ehrenamt, was hat sich da in den 20 Jahren getan beziehungsweise wie wirkt aus Ihrer Sicht Ehrenamt und Hospiz in dieses Engagement in die Gesellschaft rein, was bewegt das? Ja, ich darf mal vielen herzlichen Dank sagen, dass ich hier die Gelegenheit habe. Ich stehe hier sehr stolz. Wir haben in Baden ein großartiges, mobiles Palliativteam und wir haben 24 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die einen grandiosen Job machen und ja, ich weiß, Ehrenamt ist eine Sache, die natürlich in Zeiten wie diesen schwierig ist, umzusetzen. Wir sind schon mit unserem Terminkalender, der ist voll von früh bis spät und wahrscheinlich unsere Freizeit, die vermarkten wir auch schon im Kalender, damit wir das alles auf die Reihe kriegen und ja, und es bedarf schon besonderer Menschen, die sich da engagieren und ja, wir dürfen uns einfach auch nicht abschrecken lassen. Manchmal denke ich mir, wenn wir die Zeitung aufschlagen, ja, eine Flut an Dingen, die uns bewegen, die uns vielleicht Angst machen, aber lassen wir uns einfach nicht abschrecken von alledem. Wir sind und müssen auch nicht so perfektionistisch sein. Das Ehrenamt ist ein ganz, ein großer, wesentlicher Teil, denke ich, in dieser Hospizgeschichte. Ich selbst komme aus dem Ehrenamt. Ich habe begonnen im Pflegeheim in Baden, das ist ein, ja, mein Gott, oben der zweite Stock, winzig klein, ein langer Schlauch, links und rechts, zwei kleine Fenster und von diesem Gang ausgehend waren fünf, sechs Türen, wo man zu den Patienten gekommen ist und ich habe wirklich auch vielleicht, wenn ich so ein berührendes Erlebnis erzählen darf, ich bin damals frisch gefangt, als Ehrenamtlich, habe ich mir gedacht, na, was tue ich und habe ich meinen Laptop damals mitgenommen und habe zwei Boxen mitgenommen und wir haben Musik gemacht und ich war damals ganz vertieft in dieses Aufstellen der Boxen und dass die Technik funktioniert und hinter mir war schon so ein Geräusch und ein Gemurmel und man hat mir dann wirklich so peu a peu kamen alle Patienten hinter mich und ich habe dann begonnen Musik zu spielen und das war vom Wiener Lieder und vom Peter Alexanders Marihandel und ich habe gemerkt einfach Wahnsinn was da wirklich in Berührung gekommen ist die Menschen die nichts gesprochen haben die ganze Zeit haben plötzlich Liedtexte gewusst und haben mitgesungen und ich weiß ich habe mich umgedreht und ich habe Brennen in den Augen gehabt und habe mir gedacht wie schön diese Aufgabe ist und wie sehr wertschätzend die Menschen da einfach da waren und wie die das genossen haben und im letzten Jahr war es für uns alle glaube ich eine Herausforderung wir haben Zoom erlebt eine großartige Sache aber ich denke es braucht einfach diese Begegnung von Mensch zu Mensch und es braucht diese Wärme und diese Nähe und wir haben gesehen bei all den Begleitungen man muss die Menschen spüren man muss sie sehen man muss sie fühlen können und man muss auch darauf eingehen können dass wir die Menschen dort abholen wo sie uns gerade brauchen und ich glaube das zeichnet das Ehrenamt aus dass wir das alle können dass wir geschult sind und dass wir das wirklich so von Herzen gerne machen und ich möchte aber auch bitten an alle die jetzt hier verantwortlich sind wir brauchen noch mehr Ausbau an Hospiz- und Palliative-Care-Kultur ich hoffe dass wir gut weitermachen und ja ich sage vielen herzlichen Dank für die Gelegenheit und ich wünsche allen die hier so fleißig und so unheimlich engagiert sind alles Gute und bleiben wir weiter auf einem guten Weg vielen Dank vielen Dank Andrea Hohl tatsächlich darum geht es das weiter zu machen das reinzubringen es ist die Zeit die engagiert wird und Zeit ist ja für Sie eigentlich ein Stichwort hat den Lama Huber operativer Geschäftsführer Kulturregion Niederösterreich aber auch auch Sie haben eine Homepage auch da kann man sperren Zeitautor selber Projektmanager haben viele viele Texte zum Thema Zeit veröffentlicht somit selber auch Kulturschaffende und dann nehmen Sie sich auch noch die Zeit zur ehrenamtlichen Begleitung woher nehmen Sie die Zeit wie hat ein vielbeschäftigter Mann wie Sie Zeit für all das und warum tun Sie das? Herbert Binder hat es heute schon gesagt es geht ums Vernetzen wenn wir in Positionen sind wo wir vielleicht ein bisschen auch etwas zurückgeben können verbinden können verknüpfen können das ist der eine Teil das zweite das vielbeschäftigt das ist heute kein Kompliment mehr der Tag hat auch für einen Manager oder für eine Dame in führender Position nicht acht Stunden acht 24 oder 27 Stunden oder acht Tage die Woche ihr tiefsten Respekt vor Pflegepersonal vor alleinerziehenden Müttern vor Müttern etc. und wir machen in unserem Bereich halt eine ganz normale Tätigkeit und bekommen dafür unser Geld und da brauchen wir auch nicht klagen das was mich da hingeführt hat ich habe auch nämlich geglaubt dass es irgendwie etwas gibt ja das vielleicht bleibt was bleibt es bleibt nicht viel und eigentlich habe ich klug zu schweigen nach diesen Beiträgen die wir jetzt gehört haben das bewegt mich nach wie vor tief ich habe Gott sei Dank auch einige dieser Begegnungen und Erfahrungen machen können und das ist das dieses Nachhaltige und wenn ich die Politik sehe und mich nicht runterblödeln wir kennen uns schon lange den Andi Hanger aber der Ibiza-Ausschuss der geht vielleicht in deine Geschichte einer Sicherheitssprecher aber er ist auch Ehrenamtssprecher im Parlament und ich glaube wenn du dich einsetzt für menschenwürdiges Sterben und da viele Achsen bildest dann heute von diesem Abend genauso wie wir alle etwas mitnehmen dann ist das vielleicht deine Nachhaltigkeit oder die Nachhaltigkeit die wir in unserem kleinen Bereich ob prominent oder nicht prominent leben können diese Stimme den Stimmlosen zu geben dieses Hinhören dieses Gespieren du hast das da vorhin schön gesagt was ist uns abgegangen jetzt in dieser Zeit wir reden über systemrelevante Zielgruppen wir reden über Distanz über Abstand halten ich habe ein Erlebnis gehabt von einer Kollegin Mitarbeiterin ist der Papa gestorben allein so ein Einzelkind und den letzten Telefonkontakt hat sie gehabt aus einem Krankenhaus ruft es nicht immer an die Pfleger sagen ihr seid lästig das kann sein in einer Drucksituation und das Pflegepersonal in Niederösterreich und wir sind sehr sehr gut aufgestellt aber das war halt eben dieser letzte Ton und ich glaube da hat jeder seine Erlebnisse ja es geht einfach dass man auch dieser Ohnmacht begegnet dieses und ich sehe da sehr viele Management die heute da sind und ich weiß Otto Huber Thorstein kämpft oder Philipp Deimel der Nachfolger setzt sich auch für diesen Bereich ein ja was ist unsere Tat wir können wir arbeiten auch jetzt im Land in einem Kulturbereich das Thema Sterben begleitet uns alle Tage indem man Mitarbeiterin sagt oder ein Kollege sagt da gibt es Not oder wo man etwas hört oder auf einmal in die Personalabteilung kommt ein sogenannte Trauerpartezettler etc. und was sagt man dann und das ist mein kleiner Teil den ich gerne hier zurückgeben möchte sehr die Gerti Zieselsberger zum Beispiel wir haben vor einiger Zeit einen Trauerlehrgang besucht letztes Jahr in Salzburg ja was gibst du den Menschen zurück über die Caritas mit deiner Begegnung mit den Schaffungen von Trauerräumen dass man über den Tod spricht ich glaube wie gesagt jeder macht hier seinen Beitrag ich habe klug zu schweigen tiefster Respekt vor den Damen und Herren vor euch möchte auch Dankeschön sagen der Claudia Tallinger wenn man da reinkommt und mein Aufsichtsrat Vorsitzender und auch die Landeshauptfrau meine Chefin sagen sie immer wieder wenn man in einem Raum reinkommt da spürt man es merkt ihr was da geht diese Dekoration diese Beiträge Applaus bitte auch für den Moderator mit viel Herz das ist Hospiz alles Gute und weiterhin viel Kraft Vielen Dank danke danke vielen Dank Martin Lahmerhuber das war ja schon nahezu würde ich sagen die Brandrede oder die Brandrede zum Mitnehmen ich mache dennoch den Abgang frei und bedanke mich bei Ihnen allen dreien für Ihr Dasein für das Engagement für das Einsetzen tatsächlich man hört es immer wieder und das möchte ich gerne aufgreifen wie wir schon gesagt haben Lebenswerte die gilt es zu schaffen und was ist der Beitrag das ist ein bisschen ein verschrierener Satz in der österreichischen Politik aber tatsächlich wir leisten einen Beitrag Sie leisten einen Beitrag und das ist das was bestehen bleibt dazu kommen wir später noch einmal auch kurz bevor wir zum Thema Zukunft übergehen und ich meine das ist natürlich reiner Zufall dass wir ausgerechnet bevor wir jetzt zum Abschluss noch das Thema Zukunft anschauen unseren Sponsoren besonders danken wollen Sie sind meistens die Claudia hat es Müller gesagt ohne Geld kann Muse Sie sind meistens im Hintergrund vertreten durch Flaggen Roll-Ups und sonst was und damit bescheiden und dafür geben Sie aber eigentlich sehr viel her und leisten sehr viel machen viel große Dinge und darum möchte ich heute Sie dennoch ersuchen ganz bewusst vor den Vorhang und hier auf die Bühne zu kommen zumindest für ein angemessenes Fotoshooting Dr. Peter Prober Landesverband der Niederschen Sparkasse seit 2008 unterstützt seit 2008 den Landesverband mit Schulungen aus Weiterbildung die Ehrenamtlichkeit die Unterstützung diverser Projekte gemeinsam mit Ingrid Herzog von dem Landesverband der Niederschen Sparkassen die unsere Ansprechperson ist und wie viele der Kollegen sagen über die Jahre eigentlich eine Weggefährtin geworden ist der Hospizbewegung und beide sehr tief drinnen und zum Schluss das Tridett Tridett Quatsch macht voll Alois Maurer Team der S-Versicherung der Wiener Städtischen Tridett ist aber schön oder und mit ihrer Unterstützung können wir viel zur Nachhaltigkeit von HPCBH machen das Magazin kann finanziert werden über das ich schon gesprochen habe Benefiz und zum einen geht es jetzt wirklich mal um die Fotoshooting und einem intensiven Applaus von Ihnen ganz viel ist nur dank dieser Herrschaften auch möglich die das war der längste Applaus ein ganz besonders langer und tatsächlich die viel geben über ihre Gesellschaften aber eigentlich dafür nichts fordern außer dass was sinngemäßes passiert was glaube ich sichergestellt werden kann ich möchte Sie gar nicht zu einer Wortspende nötigen aber wenn jemand von Ihnen Lust hat einfach zu sagen warum maximal zwei Minuten Sie kennen unsere Redezeiten warum Sie dieses Engagement machen die Unterstützung machen dann natürlich und sehr sehr gerne ich glaube es ist aktiv geht das ja wunderbar Herr Seidel ich werde Sie mehrfache freuen heute als erstes schalte ich mal die zwei Minuten ein auf meinem Handy damit es nicht zu lang wird mit mir weil die Frau Herzog weiß ein Lied davon zu singen wenn ich ein Mikrofon bekomme kann es mitunter länger dauern Frau Herzog Sie sind im Griff weiter warum unterstützen wir euch Sie die Sparkassen sind vor bald 200 Jahren gegründet worden für die Menschen in ihrer Region nicht nicht Aktionäre Mitglieder Genossenschafter oder ähnliche sondern wirklich für die Menschen in ihrer Region und zu den Menschen gehört leider nicht nur die Geburt sondern auch das Sterben dazu und so haben wir vor mittlerweile bald 13 Jahren wenn ich richtig gerechnet habe diese Unterstützung Partnerschaft mit ihrem Verband forciert und eingegangen und ich glaube es ist eine sehr gute Partnerschaft und wir sind es eigentlich nicht gewohnt dass wir so im Rampen nicht stehen daher nochmals vielen Dank für den Applaus aber der Applaus gehört vielmehr Ihnen allen die sie tagtäglich wirklich ganz ganz tolle Arbeit leisten und das zweite womit ich den Herrn Seidl erfreuen möchte ist eher die Eigenschaft als Kassier aber er dreht sich gekonnt weg wir haben im Landesverband jetzt im später Frühjahr und Frühsommer auch jetzt die internen Weichen so gestellt dass wir diese Unterstützungspartnerschaft auch in den nächsten Jahren fortsetzen können Applaus Das freut mich als Zeckelwart ganz besonders Also die Mittel sind gesichert Nicht genötigt aber ich denke es ist wichtig dass ich da ganz kurz was sage und ich werde auch volle Fälle die Zeit einhalten Warum ist es mir wichtig dass ich da was sage und zwar das geht alles seinen Weg und was noch nicht gesagt worden ist oder oftmals gesagt worden ist und ich würde das gerne unterstreichen mir ist wichtig dass Sie sich die sich freiwillig und hauptamtlich und ehrenamtlich dort tätig sind Sie sich untereinander mal einen Applaus geben weil das was da geleistet wird das ist mir wirklich ganz ganz nahe gegangen insofern würde es mich freuen wenn Sie jetzt für sich applaudieren damit wir das mal machen können und weil es mir so nahe gegangen ist und die Sparkassen auf alle Fälle etwas Gutes tun wollen schließe ich mich diesen Aussagen an auch bei uns wenn die Budgetmittel passen wenn Budget da ist wir werden weiter von Seiten der Wiener Städtischen für Sie unterstützend da sein Dankeschön Applaus Sehr gern Frau Herzog Ich bin eigentlich diejenige die immer den Kontakt hat mit dem Büro des Landesverbandes des Hospizes und ich möchte auf diesem Weg auch allen Damen die dort mitarbeiten wirklich herzlich danken es ist immer eine ganz nette Gesprächsbasis egal was wir von Ihnen wollen natürlich geben wir auch etwas her und wir haben heute gemerkt das was wir dort geben das geben wir wirklich für so gute Zwecke die uns zu Tränen rühren wir rühren niemanden zu Tränen aber das ist wirklich eine großartige Arbeit die dort geleistet wird und es ist so eine nette Basis mit Ihnen zu arbeiten vielen Dank vielen Dank vielen Dank danke auch für die Wortspenden danke dass die Mitteln auch weiterhin diese wunderbaren Dinge ermöglichen und danke auch an Sie dass Sie die Zeit gegeben haben denn ich denke das ist es allemal wertwichtig und wertvoll nicht immer nur hinter den Kulissen zu stehen sondern zu zeigen wodurch vieles möglich wird danke noch einmal und Sie drei fürs Dasein heute Ja die Zeit geht dahin wir haben heute schon sehr sehr viel über Werte was bleibt was ist wirklich wichtig wo ist die Bedeutung dahinter gesprochen und tatsächlich man hat immer 100.000 Wünsche aber wenn Sie mit Menschen sprechen am letzten Stück des Weges was hat da noch Wert tatsächlich und was hat Bedeutung und mit dieser Frage so zur Entspannung wieder eine kurze Fernschau mit dieser Frage haben wir uns vor einiger Zeit am Tomplatz in St. Pölten am Markttag platziert und wildfremde Menschen einfach sind wir angesprungen haben ihnen ein Mikro vor die Nase gehalten und ihnen eine Frage gestellt die sie alle nicht wussten also wir haben schon gefragt ist das ok dürfen wir aufnehmen und eine Frage stellen haben sie gefragt welche aber ich habe gesagt verraten wir erst wenn sie ja sagen dann hat Gott sei Dank die Neugierde gesiegt und wir haben das 50 people one question in Anlehnung einer Serie das tatsächlich auch gibt genannt und wir haben über 50 Menschen an diesem Vormittag vor die Kamera geholt natürlich nicht alle hier aber das Spannende ist die Frage war ihnen verrate ich es jetzt schon wenn sie wüssten dass sie nur noch ein Jahr zu leben hätten was würden sie machen was wäre wirklich wichtig schauen wir mal was es tatsächlich ist an die Haushof Bildton Stelle bitte Film ab das das bilden das ist es das das ist das Mein Name ist K.O. Bertl und ich bin 76 Jahre jung, das will ich mir so nennen dann. Hallo, servus, ich bin Stefanie. Cecilia ist mein Vorname. Leopoldine Lick. Ja, ich heiße Marina Schmidt-Schmidt-Berger und bin 41 Jahre. Stefanie. Silbert. Silbert, habe ich sie noch fragen, wie alt sie ist. Ja, 56. K.O. Barbara. Hallo, bin die Drückse. Ich werde heuer 70. Ich werde heuer 83. Ja, ja, ich heiße Gerhard. Gerold, darf ich sie fragen, wie alt sie sind? 91. Ah, Gerold. Gerold, darf ich sie fragen, wie alt sie sind? Was glaubst du? 64. 54. 38. 75. 63. Ich bin 37. Ich bin der Simon, ich bin der Julian. Christian. Mein Name ist Barbara und ich bin 55 Jahre alt. Ja. Alexander Seidler, wie heißt sie? Alexandra Seidler. Sensationell, oder? Ja. Christian, 47. 24. Genau, ich bin die Gerti und bin 51 Jahre alt. 34. 24. Oder 33. Ja. Um die... Mitte 30. Mitte 30, ja. Okay. Die eine Frage, die ich Ihnen erst stellen möchte, ist, wenn Sie wüssten, dass Sie nur noch ein Jahr zu leben hätten, was würden Sie machen? Was Sie machen? Das ist eine gute Frage. Ja, ich bin mit dem, wo wir eigentlich noch nicht beschäftigt. Wie ist denn das? Das ist eine schwere Frage. Ja, ich bin ein paar Jahre alt. Puh. Hm. Ah. Ha. Um. Das Erste, was mir einfällt, Leben. Leben. Und nur einmal das tun, was mir gut tut. Ich würde eigentlich die ganze Zeit mit meiner Familie, glaube ich, verbringen und alle Leute anrufen, von denen ich schon lange nichts mehr gehört habe oder die mir halt einfach wichtig sind in meinem Leben und schauen, dass ich so viel möglich Zeit mit diesen Leuten verbringe. Na ja, ich würde gar nicht viel anders, was ich jetzt mache. Schauen, dass ich mit meinen Lieben gut auskomme und einem gutes tue, dass sie gute Erinnerungen an mich haben. Aufhören zum Arbeiten und das Leben genießen und Zeit mit der Familie verbringen. Aufhören zum Arbeiten. Es ist mir sofort eingefallen, dass ich eigentlich dahin will, wo die meisten meiner Kinder sind. Und ja, eigentlich schon, weil die sind teilweise Amerika und so und da zieht es mich hin, wenn das nicht wäre, irgendwo hin, wo es schön ist. Reisen. Und in Italien ein kleines Haus in der Toskana kaufen, im Chianti-Gebiet und mit einem kleinen Pool und jeden Tag schwimmen und gut essen. Zu allen Menschen freundlich sein. Ja, und natürlich der Zukunft realistisch ins Auge sehen. Und das wird mich in ihre Nähe bringen. Ich war ja schon mit sieben das erste Mal in Italien und Sir Peter Ustinov hat gesagt, nur jemand mit einem steinernen Herzen kann in selbigen keine Liebe für Italien hegen. Und so geht es mir halt auch. Ja, ich habe in der Schule Italienisch gelernt und da gehöre ich einfach hin. Ich weiß nicht. Ich würde nicht einmal zum Wirten gerne ein paar Bier trinken. Ich weiß wirklich nicht. Das kann man nicht sagen. Das ist sehr... Ich weiß nicht. Ich kann mir wirklich schwer sagen. Auf jeden Fall da, das lernt der Zöhn, glaube ich. Das machen die vielleicht schon aus. Ich glaube, das ist wahrscheinlich geheime irgendwie. Ich weiß gar nicht. Eine gute Betreuung suchen, die mich begleitet. Und sicher nicht in ein Krankenhaus, wenn es möglich ist. Viel Zeit mit der Familie verbringen. Vielleicht viel Reisen, was ich noch nicht gesehen habe. Das weiß ich gar nicht. Das weiß ich gar nicht, was ich da mache. Ich habe keine Angst vor dem Sterben. Man muss das Beste aus dem Tag oder aus der Zeit machen. Freunde besuchen. Arbeiten gehen. Weil ich sage, das Arbeiten, das macht mir Freude. Und Freude machen, das ist das Wichtigste. Und die Familie ist jetzt kurz noch dazu. Was müssen wir machen, bitte? Ja, wahrscheinlich einfach im Umfeld von Freunden und Familie nicht viel arbeiten, viel genießen, gut essen und eine schöne Zeit verbringen. Ich würde auf jeden Fall versuchen, meine Tochter wiederzusehen. Die hat sich nämlich von mir irgendwie getrennt. Und das wäre mir ein großes, großes Anliegen, sie wiederzusehen. Und dann würde ich, obwohl ich sehr reiselustig bin, wahrscheinlich gar nicht mehr so viel unternehmen wollen und jetzt die große Weltreise machen, sondern mich besinnen auf Begegnungen. Leben ist Begegnung. Begegnung mit den Menschen, die es mir wert sehen, die ich wertschätze und bei denen ich mich vielleicht nochmal entschuldigen würde für etwas, was nicht so gut gelaufen ist in unserer Begegnung einst. Es ist schwierig. Alles ordnen. Alles ordnen und sich von allen entsprechend verabschieden. Ja, ganz viel Zeit mit meinen Lieben, mit meinen Freunden, mit meiner Familie verbringen. Und die letzte Zeit einfach genießen, so wie es ist. Weil es bleibt ja sowieso, jeder weiß nicht, wie lange es dauert. Und man sollte eigentlich sowieso viel mehr die Tage genießen und den Moment genießen und einfach so sein dürfen, wie man ist und das einfach sein Glück und sein Licht strahlen lassen. Leben. Leben. Einfach schauen, dass ich, berufstätig bin ich immer, einfach Dinge tue, die ich einfach gerne mache, die ich aber jetzt eh schon mache. Ich lebe eh sehr bewusst. Und Sachen unternehmen, die ich mir schon lange vielleicht vorgenommen habe und nicht dazugekommen bin. Aber das mache ich so und so immer wieder. Nein, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ich so anders leben würde. Vielleicht noch ein bisschen mehr auch mit meiner Familie, mit meinen Kindern. Ich habe zwei Antworten. Ich sage einmal die, die besser ist für die Kamera. Also, ich würde mir wahrscheinlich einen Oldtimer mieten und ein bisschen durch die Gegend fahren, durch Europa und viel essen. Wäre wahrscheinlich meine Antwort. Die sagen ich nicht. Kinder verwöhnen, wie immer. Das machen die weiter. Ja, ja, ja. Und vielleicht ein bisschen Zeit für mich freischaffen. Oder für meinen Mann, die so Radl fahren oder so. Qualitätszeit? Ja, ein bisschen. Ja, ja. Aber sonst, Familie genießen und das mache ich jetzt auch. Ich würde gerne, wenn es möglich wäre, einmal mit der Transit über die Schneisenbahn fahren. Ich glaube, ich würde nicht sehr viel anders machen als jetzt. Ich würde vielleicht öfters einmal nein sagen. mich weniger selber unter Druck setzen und Dinge viel mehr sein lassen. Ja, ein wenig mehr die Stille und die Tiefe hinter den Alltagsgeräuschen suchen. Ich habe keine Ahnung. Ich würde einmal sagen, ich bringe meine Lampen ins Trockene und dann hinter mir das hinflut. Ja, nein, es ist so. Was willst du wirklich machen? Wenn ich jetzt weiß, ich habe ein Jahr zum Leben, ich würde es einfach genießen. Ja, leben, leben, leben. Mehr kann ich nicht sagen dazu. Es ist so. Man weiß es ja vorher nicht. Man weiß es ja vorher nicht. Darum muss man schon so leben, dass das einfach auch passt. Und dann gut geht. Und darum geht es. Menschen, Begegnungen, Beziehungen, einmal mehr vielleicht auch Ja zu sich zu sagen, ums Genießen. Lauter Dinge, auf die man nicht warten muss, bis man nur noch ein Jahr hat, oder? Das sind doch die Dinge, die jetzt stattfinden, die wir genau heute machen können. Wir können auch heute zu jemandem sagen, es tut mir leid oder vielen Dank. Anrufen und einmal schauen, wie es geht. Einfach Lebenswerte schaffen. Und ich hoffe eben, dass wir das gemeinsam schaffen, dass wir das auch noch lange gemeinsam schaffen. Und dass wir das auch zukünftig als Landesverband und mit allen Organisationen gemeinsam schaffen. Und so darf ich zur letzten Gesprächsrunde, mit der wir auch zum Abschluss kommen, einladen. Sie wissen, jeder der Gesprächspartner hat drei Minuten. Und irgendwo habe ich mir sogar aufgeschrieben, wer jetzt noch eingeladen ist. Und dazu würde ich auf die Bühne bitten, meine liebe Kollegin im Vorstand, Elke Kohl, die zweite Vizepräsidentin der Österreichspalliativgesellschaft, Manuela Wasl und die Präsidentin Dachverband Hospiz Österreich, Waltraud Glasnik. Wir sind heute schon eine tolle Reise gegangen von den frühen Anfängern über das, was sich entwickelt hat, haupt wie ehrenamtlich auf allen Ebenen. Und jetzt ist die Frage, und wo geht es hin? Was wird bleiben? Was wird Bestand haben? Und da habe ich mir gedacht, liebe Elke, nicht nur als Vorstandsmitglied im Landesverband, als Trauerbegleitung, als jemand, der sehr, sehr viel mit Kindern und Trauer arbeitet. Sie müssen mal anschauen, die Flipcharts. Wenn ihr da hinten einen sehr wunderschönen Flipchart seht, alles von der Elke gemacht. Also da ist wahnsinnige Kreativität hier. Und was in der Kreativität auch zu sehen ist, vielleicht sind Ihnen die Mäntel draußen aufgefallen? Und die Frage ist, was hat es mit diesen Mänteln auf sich? Was hat es mit der Hospizität auf sich? Und was hat es mit der Zukunft auf sich? Ja, danke Alexander. Ich muss mich kurz noch ein bisschen sammeln, weil ich war heute in der Früh um sieben am Markt, am Domplatz in St. Pölten und viele dieser Menschen, die Sie da gesehen haben, haben mich wieder gefragt, ist der Film schon fertig? Es geht um die Mäntel. Es geht um die Mäntel, genau. Nämlich die Mäntel werden mitsiedeln zum OPG-Kongress und die Mäntel zeigen, finde ich das, von dem heute ganz viel gesprochen wurde, von dieser Vielfalt, von dieser Kreativität. Die Idee war, die Teams einzuladen. Wer möchte, setzt euch zusammen, überlegt, was bedeutet, ummanteln, umsorgen für euch, was seht ihr im Team, was sind es für Mäntel, für die ihr steht, für die eure Organisation steht. Und es ist kaum zu beschreiben, was da draußen zu sehen ist. Ich würde Sie auch, wenn wir alle schon durstig und vielleicht ein bisschen hungrig sind, trotzdem bitten und einladen, sich das auch anzusehen und was sich heute nicht ausgeht, im Frühling in St. Pölten anzusehen. Wir werden das mitnehmen und wir werden auch die Energie mitnehmen, die in diesen Mänteln steckt und das wird sich niemand in der Hospizbewegung nehmen lassen. Und ich denke, so geht es weiter und so wird es bleiben. Danke, Elke. Ich bin sehr froh, dass wir für den Film die heutige Veranstaltung haben, weil damit ist letzte Nacht fertig geworden. Wenn nicht, wüsstet man nicht, was man den Herrschaften am Markt sagen, wann er fertig wird. Aber tatsächlich, Ballium, das geht weiter und das führt mich gleich zur nächsten Frage. Manuela Wasl als zweite Vizepräsidentin der österreichischen Palliativgesellschaft, die ja doch ja auch oben drüber steht. Sie sind das Zehner hauptamtlich, ehrenamtlich auf allen Ebenen tätig. Und mittendrin, was braucht es aus Sicht der OPG, um Hospiz- und Palliativversorgen auch zukünftig in einer so guten Qualität wie heutzutage sicherzustellen? Ja, also wir brauchen auf alle Fälle Hospiz- und Palliativcare als gutes Gesamtkonzept, wie wir das heute schon mehrmals gehört haben. Es geht einerseits um die Aufklärung, um Öffentlichkeitsarbeit, aber wirklich auch um Aufklärung, was Palliativcare alles kann, wie wir das als interprofessionelles, als interdisziplinäres Team schaffen. Wir haben es heute so schön jetzt in diesem letzten Beitrag gesehen. Jeder Mensch ist so individuell. Jeder braucht was anderes. Was hier nicht dazu gekommen ist, natürlich die Erkrankung. Das ist der Teil vom Palliativcare im Krankenhaus, bei den Hausärzten in der Krankenpflege. Die Menschen haben Schmerzen. Die Menschen leiden Symptome. Und das muss alles als Gesamtkonzept wirken. Die medizinische Betreuung inklusive der ehrenamtlichen Begleitung. Also nur so kann es gut funktionieren. Und da muss man sagen, wenn wir das gut in die Gesellschaft bringen, wenn die Menschen wissen, was wir alles leisten tagtäglich, damit es Sicherheit gibt, damit sie selbstständig bleiben können, damit sie sich so sicher fühlen, dass sie nicht an einen assistierten Suizid denken müssen, braucht es natürlich auch die Quantität dazu. Das heißt, wir brauchen noch mehr Palliativcare-Einrichtungen. Es braucht Palliativstationen, es braucht Hospize, es braucht mobile Bereiche. Wir erleben leider immer wieder, dass es noch immer Menschen gibt, die auf einer Warteliste warten müssen, bis sie dran sind. Also solange wir solche Situationen haben, sind wir noch lange nicht fertig. Da müssen wir noch viel tun. Und natürlich geht es um die Qualität. Wir brauchen gute Ausbildung. Wir brauchen es im spezialisierten Bereich. Wir brauchen es im Grundbereich, also in der Grundausbildung. Da sollten wir noch mehr Zeit investieren, damit man wirklich weiß, von was wir sprechen, was Palliativcare alles leisten kann, welche Möglichkeiten es gibt. Ja, und dann sehe ich noch ganz ein wichtiger Punkt, den wir aber ja schon wirklich deutlich zeigen, die Vernetzung, die Zusammenarbeit. Wir arbeiten alle fürs Gleiche. Es geht immer um den Menschen, der uns braucht, in vielen Situationen. Und da müssen die Verbände, die Institutionen, die Organisationen, wir müssen alle zusammenarbeiten, ohne dem wird es nicht gehen. Ja. Bravo. Danke, Frau Wasl. Genau. Die Zusammenarbeit, das Miteinander von allen Seiten für die eine Sache, um die es wirklich geht. Waltraud Glasnik als Präsidentin vom Dachverband Hospiz Österreich, haben Sie auch den Überblick, sind in vielen, vielen, vielen Initiativen oder auch Entwicklungen natürlich auch beteiligt und informiert. Und es gibt gerade auf Bundesebene momentan große Entwicklungen. Die parlamentarische Enquete, Entscheidung vom Verfassungsgerichtshof, Wunsch nach einer einheitlichen Finanzierung. Was sind aktuelle Entwicklungen? Was können Sie uns erzählen, berichten? Haben Sie aus der großen Welt mitgebracht. Was tut sich? Zwei Minuten. Zwei Minuten. Zwei Millionen. Wir haben eine einzige Aufgabe. Und das ist zu erkennen, dass ein Kind, wenn es geboren ist, geboren wird, den Menschen braucht. Sonst könnte es nicht leben. Und wir müssen auch wissen, dass wir die Verpflichtung, den Auftrag und Menschen, die in diesem Raum und viele, die nicht da sind, machen das wahr, brauchen Begleitung, brauchen Zeit, brauchen Zuwendung und brauchen auch die notwendige Hilfe. Das kann man aber nur geben dann, wenn man auf der einen Seite die Ehrenamtlichen hat und auf der anderen Seite auch jene, die es als Beruf und als Hauptberuf, ich sage immer als Beruf und als Berufung leben. Geld ist das eine. Aber ich kann dem Sterbenden nicht 10.000 Euro hinlegen. Es wird deswegen nicht leichter. Aber wir müssen ihm sagen können, wo immer du lebst in Österreich, wirst du einen Platz kriegen in den letzten Tagen, Stunden, Monaten vielleicht, im Palliativ- oder im Hospizbereich. Das ist unser Auftrag. Regelfinanzierung. Und lieber Herr Abgeordneter, ich sage dir was. Du bist gekommen, wir kennen uns ja nicht, ich kenne ihn vom Fernsehen. So sanft und so liebevoll habe ich ihn noch nie gehört wie heute. Aber ich bedanke mich bei dir. Seine erste Frage war zu mir, wie geht es dir denn jetzt mit der Regelfinanzierung? Und die Sonja steht da hinten und die Claudia weiß wie es uns geht, was wir im Landesverband gemeinsam, also im Tachverband gemeinsam mit euch reden. Die Regelfinanzierung ist vorbereitet. Sie steht in den Regierungserklärungen seit dem Jahr 2003 bei jeder Regierung. Aber, aber sie wird jetzt umgesetzt. Ich glaube daran und ich bitte sie mit mir mit zu glauben, mit zu hoffen, mit zu unterstützen, mit zu reden. Und ich bitte dich, alle Kraft einzusetzen. Wir brauchen eine ambulante und eine stationäre Hospizregelversorgung. Im Palliativbereich sind wir ein großes Stück weiter. Im Hospizbereich haben wir noch sehr viel zu tun. Das ist die Aufgabe. Und ich wünsche mir und man kann ja Träume haben und ich habe am 27. Ich hätte so etwas ganz anderes vorgekommen, das wäre schön gewesen. Viel schöner ist die Einladung. Ich habe sie ins Bundeskanzleramt, die wäre selbstverständlich hinfahren. Es geht um die Regelfinanzierung. Und was ich mir wünsche, stellvertretend für alle, die in der Hospizarbeit in Österreich tätig sind und eigentlich für alle Menschen, die in Österreich leben, weil in 100 Jahren sind andere Leute hier und nicht wir. Was ich mir wünsche ist, dass ein Gesetz, das den Menschen begleitet bis zur letzten Stunde, also mit einer Regelfinanzierung, zumindest einige Tage vorher beschlossen wird, als ein Gesetz, das leider auch kommen wird und muss zum assistierten Suizid. Beides wird kommen, aber erst ein Bekenntnis zum Leben und dann ein Bekenntnis zur Begleitung und zum Schutz, dass nicht etwas geschieht, was wir nicht verantworten können. Vielen Dank. Vielen Dank. Erledigt, oder? Was soll man noch sagen? Es ist normalerweise die Aufgabe und die hochheilige Pflicht eines Moderators dann am Ende einer Veranstaltung und die gute Nachricht ist, oder die schlechte, je nachdem. Ich hoffe, Sie konnten es bis jetzt genießen. Wir kommen zu einem Ende. Ich hoffe, die Veranstaltung zusammenzufassen, ein Resümee zu ziehen. Und wenn ich den Luxus habe, dass Waltraud Klasnick hier auf der Bühne steht, möchte ich das doch direkt delegieren, denn wer wäre besser geeignet, vielleicht den heutigen Nachmittag und Abend zuzumachen als Sie. Und ich wäre für ein Resümee wirklich dankbar. Alexander Seidel hat gesagt, es ist eine Familienfeier, wir sind wieder zusammengekommen. Claudia hat uns aufstehen lassen. Wir sind hier gestanden und durften schauen. Sie sind aufgestanden und wir waren mit ihnen im Herzen verbunden. Die Musik kommt von Ladylike. Vor 14 Tagen war ich in einem Gespräch und dann hat mir jemand gesagt, was könnte ich denn sagen in der letzten Stunde zu jemandem, der stirbt. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, ich traue mich nicht hin. Ich habe gesagt, sag, ich habe dich gern. Ladylike, danke für die Musik. Es ist angesprochen worden, die Ehrenamtlichkeit, die Hauptamtlichkeit, Europa. Ich bringe auch den Gruß unserer Lena Peltari, eine Niederösterreicherin, die in Finnland lebt. Ich halte Gebet, das ganz besonders zu sagen. Sie wird ganz, ganz stark von der Sonja Dallinger unterstützt und ich bin froh, dass es diesen Kreis gibt, liebe Claudia. Ich weiß, was das bedeutet. Aber miteinander werden wir das gut bewältigen. Ich muss aber gleich zum Miteinander sagen, das wird ein bisschen schwierig, weil ich habe im Film gelernt, jeder muss sagen, wie alt er ist. Also das heißt, ich bin 76 und ich werde es nicht ewig machen. Aber es wird gut weitergehen, es ist dafür gesorgt. Das ist also eine der Hauptaufgaben, dass man dafür sorgt, dass es gut weitergeht. Im Film haben wir gehört, was man so tun kann. Ich glaube, jeder von uns war im ersten Moment auch wieder geschockt und hat gesagt, habe ich über das schon nachgedacht oder kann ich überhaupt sagen, wenn ich ein Jahr Zeit habe. Wir wissen ja nicht, was in fünf Minuten passiert. Aber ich glaube, was wir wirklich tun sollen und müssen ist, dass wir die Geschichte Hospiz und Palliativ weiterschreiben. Weiterschreiben, so wie es mit diesem Mantel geschieht. Und ich habe bei der Verabschiedung der Brigitte Ries auch einen solchen Mantel bekommen. Und der lebt bei mir im Wohnzimmer und dem hänge ich immer irgendwelche Medaillen um, weil ich finde, Medaillen auf einem Polsterl, die will ich nicht. Das heißt, der Mantel trägt sie. Und diese Medaille möchte ich heute teilen mit dem Landesverband Niederösterreich, 20 Jahre, großartige Leistung. Ihr sagt selber, dass ihr die Besten seid. Ich sage dazu, ihr gehört zu den Besten, weil das kann ich nicht, weil in jedem Land auch eine andere Struktur ist. Das heißt, wir haben die Bundesländer, jedes Bundesland hat einen eigenen Garten. Aber in Niederösterreich blüht wohl einer der schönsten. Und die Geschichte von Hospiz und Palliativ ist nie fertig. Sie ist nie fertig geschrieben. Wir wissen nie, wann das Ende ist, weil schon wieder ein neuer Anfang begonnen hat. Und in dem Sinn möchte ich etwas sagen, weil es glaube ich auch dazugehört. Unser Leben liegt in Gottes Hand. Danke. Applaus Applaus Liebe Waltraud Glasnik, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Das Resümee. Es ist schwierig und relativ müßig, hier noch versuchen, was Schlaues drauf zu sagen. Während sie gesprochen hat, noch ein Spruch eingefallen von Birgit Braunrath, der vielleicht ganz gut zu den nächsten Schritten passt. Birgit Braunrath hat mal geschrieben, ein Optimist ist nicht einer, der beim Hindernislauf antritt und davon ausgeht, dass es keine Hindernisse ergeben wird. Sondern der beim Hindernislauf antritt in der Überzeugung, die Hindernisse und Hürden auch überwinden zu können. Und ich denke, darum geht es um diese Form des Optimismus. Und somit, wer weiß, vor 20 Jahren hat sich vielleicht der ein oder andere von Ihnen gedacht, naja, schauen wir mal, wird das was, dieser Landesverband. Heute wissen wir, war gar nicht so blöd, es ist was geworden, der Weg ist weitergegangen. Und ich würde mich irrsinnig freuen, wenn wir uns alle in 20 Jahren wiedersehen, um gemeinsam zu schauen, wie die Geschichte weitergeschrieben wurde, dann vielleicht auch schon im hochjugendlichen Alter. Wenn Sie jetzt schon Geschichten zum Schreiben oder zum Mitteilen haben, wir haben hier das Netz, ist eine Gästebuchwand, das sind so kleine Zettel und Klupperl, können Sie jetzt oder auch nach einer Stärkung einfach eine Idee hinschreiben, reingehen. Und ansonsten freuen wir uns, dass Sie da waren, freuen Sie, dass Sie mit uns gelacht haben, geweint haben, naja, so schlimm war es nicht, aber wenn wir Sie ein bisschen berühren konnten, ein bisschen amüsieren konnten und ein bisschen informieren konnten, dann ist der Nachmittag so gelaufen, wie wir das wollten. Und somit darf ich Sie im Namen des Landesverbandes tatsächlich jetzt zu der angekündigten, gar nicht so kleinen Stärkung einladen. Und damit Sie sich nach der Hitze ein bisschen abkühlen können, haben wir das extra für Sie nicht draußen, sondern im Keller aufgebaut. Also zweimal runtergehen, da können Sie sich abkühlen, stärken und dann das Miteinander im Hof genießen, Gespräche führen und gemeinsam wieder dem Leben Wert geben. Danke an Ladylike, die uns jetzt noch nach draußen begleiten werden musikalisch. Danke an Sie alle und ich würde mich freuen, wenn wir diesen Abend gemeinsam ausklingen lassen. Danke fürs Dasein, schöne Zeit. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.